Hey Leute, Let's Talk About Horror hat jetzt auch einen WhatsApp-Channel, der euch über kommende Aufnahmen, Veröffentlichungen und weitere Infos auf dem Laufenden hält und ist vielleicht interessant für alle, die kein Social Media nutzen, aber dennoch up-to-date sein möchten. Der Link dazu ist in der Podcast-Beschreibung und im Linktree zu finden und ich freue mich über jeden, der mal vorbeikommt. Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Dass ihr wieder mit dabei seid, ist schön und herzlich willkommen an alle, die zum ersten Mal reinhören. Heute geht es um einen Film aus dem Jahre 2005 und zwar um The Amitable Horror mit Ryan Reynolds und ich spreche mal wieder mit einer Frau und sie ist das erste Mal dabei, mit der Jenny. Es ist die letzte Folge des Monats September und ich muss mich, bevor es losgeht, erst jetzt nochmal bei meinen Unterstützern auf Steady bedanken. Und zwar sind das Caro Berlingen, Mike Ostwald, Michael Kappes, Saskia Ritter, Alex Melcher und Daniel Mattfeld. Vielen lieben Dank an euch sechs. Freut mich wirklich sehr, dass ihr dabei seid. Wer nächsten Monat auch hier gerne mal genannt werden möchte, die neuen Folgen bereits dienstags hören mag und Interesse an weiteren Extras hat, kann sich jederzeit bei Steady anmelden. Der Link dazu ist in den Shownotes und auf Social Media und ich bin allen sehr dankbar, die mich hier bei der Arbeit unterstützen möchten. So, dann soll es jetzt auch losgehen. Hallo Jenny. Hallo Alex. Na, schön, dass du dabei bist. Danke, freue mich. Ich mich auch. Wieder eine neue Stimme und wieder mal eine Frau endlich. Ja, seit langem, oder? Ja, wirklich, wirklich. Also, es war ja so die Anfangszeit, da waren doch einige Frauen dabei. Ich hatte das nämlich gezählt, als ich dann endlich mal eine Folge wieder mit einer Frau gepostet hatte, mit der Gabi. Und da habe ich mir so gedacht, ah, jetzt zählst du erst mal nach, wie oft, also wie lange jetzt keine Frau dabei war. Und da war ich wirklich erschrocken, wie viele Folgen das waren. Und das wurde dann also dann auch echt mal wieder Zeit. Und ja, ich freue mich jetzt natürlich auch mal wieder mit einer Frau zu sprechen. Und ich hatte tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit auch mal einen Hörer oder eine Hörerin, da bin ich mir nicht sicher, da wurde mir geschrieben, es wäre schön, wenn man wieder mal eine Frau mitmachen würde. Ach, echt? Ja, ehrlich. Das wurde mir echt gesagt. Und das fand ich echt total interessant. Ich habe gemeint, ja, wie es der Zufall will, ist demnächst auch wieder eine Frau dabei, habe ich dann auch geschrieben. Und dann, ja, das wäre mir lieb, weil es ist auch mal schön, mal wieder eine Frau zu hören. Aber ob das jetzt eine Frau oder ein Mann war, kann ich nicht sagen. Aber da war es tatsächlich schon aufgefallen. Aber mir war das auch noch so im Gedächtnis, dass, glaube ich, die letzte, die Gabi war, wo ihr die zwei Teile der Shining aufgenommen habt. Richtig, genau, genau. Und das ist ja auch mega angekommen. Du, es gibt tatsächlich auch, wenn ich mittlerweile erwachsen bin, manchmal noch so Momente, wo es mich teilweise gruselt. Also, ich wollte das schon immer mal erwähnen, aber ich habe es halt immer für mich behalten, weil es, sagen wir mal so, ein privater Moment ist, aber ich erzähle es jetzt einfach mal doch. Und zwar, wenn ich nachts dann ins Bad gehe, also oder ins Bett gehe, dann gehe ich natürlich noch mal ins Bad. Und ich gehe dann auch noch mal logischerweise auf Klo, aber setze mich dann hin, weil ich dann, ich meine, so gehört sich das, ne? Nein, sagen wir mal so, ich will die Frau nicht wecken. Okay. Okay, jedenfalls ist dann die Badezimmertür auf und ich kann dann durch den Flur in mein Büro gucken. Und mein Büro, da ist auch die Tür offen, aber es ist halt einfach stockfinster. Du siehst halt wirklich nur von dem Mondschein draußen und den Straßenlaternen ganz wenig beleuchtet. Aber im Büro ist es halt absolut stockfinster. Und du glaubst nicht, wie oft ich dann schon dort saß in der Dunkelheit und mir vorgestellt habe, ich sehe gleich eine halb, also eine nackte Person dann so im Halbdunkel, wie es in Hereditary der Fall ist. Oh. Das ist wirklich schon so oft mir in den Sinn gekommen und dachte mir dann, oh mein Gott, guck einfach weg, weißt du, oder mach doch das Licht an. Glaub ich, glaube ich. Also man kann sich ja auch ganz schnell da was einbilden. Ja, ja, ja. Ich weiß noch, ganz früh, als ich noch jünger war und dann war ich immer dafür da, alles abzuschließen. Ich bin immer durch den Keller gelaufen und habe immer geguckt, weil es zu ist. Und wenn ich dann die Treppe, die Kellertreppe hochgelaufen bin, dann musste ich die letzten Schritte immer rennen, weil ich immer so diese Vorstellung hatte, irgendwas rennt mir jetzt aus dem Flur nach, weißt du, unten. Aber das war immer nur, bis ich oben war. Dann war alles gut. Also die Treppe kam meine Vorstellung nie mit. Meine Fantasie hat bei der Treppe immer einen Cut gemacht. Ja, ja, ja. Weißt du, wo ich auch mal so lachen musste, als du die, ich weiß nicht mehr in welcher Folge das war, als du erzählt hattest, du warst, glaube ich, in The Ring im Kino oder ich bin mal nicht mehr in welchem Film das war. Ja. Sonntagnacht, glaube ich, als du noch alleine auf dem Kinoparkplatz warst. Das stimmt. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, natürlich. Wo du dir eingebildet hattest, dass dich jemand verfolgt, weil du nur das Echo deiner eigenen Schritte gehört hast. So ist es, genau. Das stimmt. Da war nämlich eine Baustelle nebendran zu dem Zeitpunkt und da waren halt recht hohe Bretterwände gebaut worden, damit man nicht in die Kuhle fällt, logischerweise. Und wenn du dann aber mit den Füßen auf den Boden trittst, dann heilt das davon ja wieder ab, von diesen Brettern. Und das war halt der Grund. Und ich bin dann schneller gelaufen, schneller und dann rannte ich dann und habe dann wirklich hinter mir noch Schritte gehört, die mir hinterher liefen. Es waren aber meine eigenen, die sich nur wiedergehalten hatten, ja. Und das wusste ich, aber es trägt nicht dazu, bei Röger zu werden. Genau. So kann man es, glaube ich, sagen. Das war schon, das war ein scary Moment, ja. Aber du, ich habe aber auch auf dem Weg nach Hause nicht in die Rückspiele geguckt, ne. Also ich hatte keinen Bock auf Samara auf der Rückbank. Was ich nochmal so nebenbei sagen wollte, vielleicht wissen viele Hörer es ja gar nicht, aber du hast ja schon, du warst ja schon mal in einer Folge dabei, kurzzeitig, ne. Ja. Ja. Und zwar bist du nämlich bei Arachnophobia zu hören am Anfang, da hast du den Opener gesprochen. Ja. Das war ja so das erste Mal, wo ich die Idee hatte, das auch Hörer machen zu lassen. Genau. Und deswegen habe ich dann gedacht, ach, ich frage dich einfach mal an. Und der Grund, warum wir ja im Kontakt waren überhaupt war, weil du ja die Blu-ray zu The Sadness gewonnen hattest. Genau. Ja. Stimmt. So kam das. Du hast ja bei der Verlosung teilgenommen damals und hast dann den gewonnen und so haben wir uns dann noch ein bisschen unterhalten danach und dann dachte ich, frage dich einfach mal, ob du Lust hast, den Opener zu sprechen. Ja, klar. Ich habe ja auch direkt eingewilligt, ne. Hat mega viel Spaß gemacht, weil mal was komplett Neues, was anderes. Ja. Und ja, gerne immer wieder, wenn du mich brauchst. Ja, also wir sprechen ja heute über Amitable Horror und zwar, es gibt ja sehr viele Verfilmungen, was das angeht, aber wir sprechen über den von 2005 mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Ja. Hast du den damals im Kino geschaut? Nein. Okay. Ich habe ihn damals tatsächlich im Kino geguckt mit meinem älteren Bruder damals. Also es gab mal so eine Zeit, gerade so 2005 und 2006 rum, da war ich mit ihm sehr viel im Kino. Also wenn ich jetzt hier an Amityville Horror denke, The Panic Room, Sixth Sense damals auch und Silent Hill, Hills Have Eyes, also das sind so die ganzen Filme, habe ich damals mit meinem Bruder geschaut. Ja. Und ja, ich meine, klar, da war noch eine andere Zeit, jetzt sind wir alle älter, jetzt haben wir alle andere Jobs, jetzt ist es ein bisschen schwieriger geworden und dann, ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt, ist unser nächstes gutes Kino hier ja auch gute 40 Kilometer weg. Okay. Das ist eine Katastrophe. Wie weit ist dein nächstes Kino bei dir? Also wir haben bei uns in der Stadt ein Kino, das ist, ich sage jetzt mal, relativ spartanisch noch eingerichtet, aber wir fahren meistens immer bei, uns ist in der Nähe Kaiserslautern, das ist 35 Kilometer von uns weg und da gehen wir immer ins UCI. Ah ja, okay, okay. Das ist so unser Lieblingskino, würde ich schon fast behaupten und da sind wir auch regelmäßig zu Gast. Ja, okay. Ich habe den damals im Kino geschaut mit meinem Bruder und wir waren auch recht begeistert. Wir haben, also wir haben ihn jetzt sehr spannend in Erinnerung und als ich ihn aufgefuscht habe, vor nicht mal drei Stunden, glaube ich, und da habe ich angefangen, ja, nicht aufgehört. Ich habe ihn wirklich ganz frisch geguckt, also ich glaube, selten habe ich einen Film so frisch gesehen, um ihn dann zu besprechen, wie jetzt heute mit dir. Und ich fand ihn tatsächlich sogar noch besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ich wusste, er ist gut, aber dass er so spannend ist und so schnell zur Sache geht, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Nee, da bin ich ganz bei dir. Also ich hatte ihn auch, ich glaube, das letzte Mal gesehen, das ist bestimmt schon zehn Jahre her. Ja, bei mir mit Sicherheit auch. Bestimmt schon zehn Jahre. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja, genau. Und letztens, als die Vorschläge dann kamen für Filme, die wir besprechen können und dann hat mein Mann mich sogar darauf gebracht, mal Amity will Horror, wäre doch mal cool. Ja. Sagt, ach, den habe ich schon so lange nicht mehr gesehen und ja, aber ich hatte ihn auch bei weitem nicht so gut in Erinnerung, wie er jetzt tatsächlich war. Also spitze Film. Ja, er hat vielleicht so seine kleinen Problemchen, hat jeder Horrorfilm, so ein paar normale Klischees werden bedient, die dann kommen. Das ist halt nichts Neues, aber alles in allem ist das ein gelungener Streifen. Also das kann man schon sagen. Gut, dann können wir ja mal so einmählich reinkommen und gucken mal, was wir da so zu sagen haben, ja. Ja. Der Film beginnt ja mit den, also mit Ronald DeFeo, heißt er ja wohl, der in der Nacht im Keller sitzt mit einer Schrotflinte, ich glaube es ist eine Schrotflinte oder Pumpgun, was auch immer ist, ja. Ja, ja und ist irgendwie so in einer hypnotischen Art und Weise oder man merkt, dass er irgendwie nicht weiß, was er tut, ne? So würde ich das mal sagen. Er ist geistig gesehen nicht richtig da. Genau. Und er geht ja dann nach oben ins Schlafzimmer seiner Eltern, würde ich schätzen. Ich glaube, das ist das, wo er zuerst hingeht und schießt ja auf beide. Die kleine Schwester, die wacht ja dann natürlich auf und versteckt sich im Schrank, dann läuft er aber noch einen Stock weiter und schießt dann auch noch auf seine Geschwister, also noch auf, ich glaube, zwei weitere noch. Dann geht er einen Stock höher noch, guckt dann nach der ganz Kleinen, die heißt Jodie, die findet er erst nicht im Zimmer, dann guckt er aber in den Schrank und da ist dann die Kleine, die dann auch dann meint, Ronald, was machst du oder was ist los, ja, also so klein und unschuldig und er sagt ja dann tatsächlich noch, ich liebe dich, Jodie, ne, oder ich hab dich lieb, wie wir das eigentlich bei uns sagen würden und dann schießt er ja aber auch. Wie würdest du das denn erzählen? Meinst du, er weiß nicht, was er tut, wird er gesteuert? Wahrscheinlich, ne, oder wie würdest du dir das erklären? Tief, also er scheint ja in dem Moment so zwiegespalten zu sein, so verstehe ich es zumindest, weil auf der einen Seite ist er klar genug da, um Jodie zu sagen, dass er sie liebt oder wie sehr er sie liebt, drückt dann aber trotzdem ab, ne, also als ob quasi diese Stimme im Hintergrund ihm befiehlt, er soll sie jetzt umbringen, alle miteinander. Er will aber auf der einen Seite, will er es nicht, weil er weiß, was er gerade tut, also er ist schon so ein Stück bewusst, was er da gerade macht, aber die Macht, die ihn bestimmt, würde ich jetzt behaupten, die ist einfach zu gewaltig, ne, für ihn. Und wenn du halt solche Stimmen im Kopf hast, die dich so wahnsinnig machen, dass sich das zu so etwas treibt, das muss ja ein Albtraum sein, ne. Ich meine, vorstellen kann man sich das ja nicht, ne, wie schrecklich das wirklich sein muss. Ja, also in der Szene darauf sehen wir ja so eine Montage von Tatortfotos und Polizei und dann wird ja dann auch dann gesagt, sowas wie, ja, also ein furchtbarer Mord, sechs Leute erschossen, nur der Sohn ist noch am Leben. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das erst so, dass er als einziger Überlebender wirkt, also, ne, er ist erst gar nicht beschuldigt, ne, er ist gar nicht der Beschuldigte erst, aber später dann, ne, wird er beschuldigt, so habe ich das richtig verstanden. Er läuft ja mit blutüberströmten Händen in eine Bar, wird ja im Hintergrund erwähnt und da sagt er ja, meine ganze Familie ist tot. Ah ja. Also er sagt ja nicht direkt, er hat seine Familie ermordet, er sagt ja, dass seine Familie tot ist, ne, und ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll, ob er dann danach direkt wieder bei Bewusstsein war, wusste, was er getan hat, oder ob er so eine Art Drehmoment hatte und gar nicht wusste, was jetzt wirklich passiert ist zu Hause. Ja. Ja, richtig, ja, okay, so kann man es natürlich darstellen, ja. Es ist dann so, dass wir dann aber einen Szenenwechsel haben und sind jetzt bei unseren Hauptpersonen, bei George, Kathy, und das ist ja von Ryan Reynolds und Melissa George gespielt und dann sind wir ja bei ihren Kindern noch, das sind ja nicht seine, das sind ja auch, das sind ja nur ihre Kinder, und zwar ist das die Chelsea, die ja von Chloe Grace Mortez gespielt wird, die hier ihre erste Rolle hatte, und was ist die bloß schnuckelig, ne, oder? Ja, richtig, weil das ist generell eine hübsche Frau mittlerweile. Absolut, ja. Aber ich war süß in dem Film. Ja, ich habe sie dann gesehen, natürlich sofort erkannt und dachte mir, ach mein Gott, das ist ja sie, ja, und das ist wirklich total, total kleine Maus. Dann gibt es noch Jimmy und wir haben auch noch den Billy, ja, das sind ihre Kinder. Der Vater ihrer Kinder ist nicht mehr am Leben und jetzt ist mittlerweile der Ryan Reynolds hier also, also der George, ihr neuer Mann. Ja, sie sind aber auf der Suche, wie es aussieht, nach einem neuen Heim und gucken nach Häusern. Wahrscheinlich ist das auch schon ein bisschen länger der Fall. Und in der nächsten Szene, ach, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass die Kinder mit George wirklich sehr gut klarkommen, nur Billy hat so seine Probleme. Er ist halt der älteste Sohn und er hat als neuer Partner der Frau damit natürlich so ein bisschen Probleme. Erstens vermisst er seinen Vater, zweitens ist das vielleicht auch ein bisschen Schuldgefühle oder findet er es auch nicht so toll, dass seine Mutter jetzt einen anderen Partner hat. Und ja, er ist nicht so begeistert von dem neuen, von dieser Situation mit dem neuen Mann. Ich glaube, das ist auch so alterentsprechend für ihn jetzt. Genau. Ich weiß nicht, wie alt er ist, ob es überhaupt erwähnt wird. Zwölf. Er sagt einmal, er ist zwölf. Ah, okay, okay, gut, wusste ich nicht mehr, ja, genau. Ich denke, es ist so, ja, alterspezifisch, dass er, er muss was gegen George haben. Ja, ja, geht gar nicht anders. Ja, genau, genau. Also er sagt, dass er zwölf ist, wenn diese Babysitterin kommt nachher. Ach, dieser, genau. Ja, genau. Sie sehen sich dieses Haus an, also beziehungsweise sehen es in der Zeitung und erzählen ja dann auch, das muss ein super Angebot sein und er meint dann, nee, das ist völliger Quatsch, das ist außerhalb unserer Liga und das ist viel zu teuer und das kann auch nur ein Druck Fehler sein, was er da alles sagt, ne. Und sie finden ja dann die Maklerin, die, genau, sie finden sie, ne, unter einem Stein oder so. Nein. Okay, also die Maklerin wartet auf die und sagt, da kommen sie rein und man merkt aber schon direkt, dass die Maklerin nicht so Bock auf das Haus hat, ne. Also die, sie ist so nervös, aber weißt du, als Maklerin verdienst du ja auch Geld, du kriegst ja Cortage logischerweise und selbst wenn du so ein großes Haus verkaufst, in dem halt jetzt so ein Verbrechen stattgefunden hat, willst du doch trotzdem nicht anmerken, dass hier irgendetwas schief gelaufen ist, also ein Verbrechen stattgefunden hat. Hauptsache du hast es verkauft, oder? Eben, eben, eben. Und anstatt sie einfach ruhig ist, ne, und ihre Klappe hält, muss ich ja zum Schluss raushauen, muss sagen, was los ist, da ja George fragt, dass es ja irgendeinen Haken gibt. Richtig, so ist es. Es ist ja schon so, dass man als Maklerin oder als Makler in dem Fall schon mit offenen Karten spielen sollte, ne. Ich finde es, ich würde es unmöglich finden, wenn man das Haus verkauft und diese Geschichte verheimlicht, ne. Ich würde vielleicht das als Makler so machen, dass man nur mit dem Herrn des Hauses jetzt spricht, also vielleicht sich den Herrn zur Seite holt und sagt, in dem Fall George, und sagt hier, hier ist das passiert, dann kann er entscheiden, ob es seiner Familie noch sagt, ne. Ja, genau. Aber nicht verheimlichen komplett. Wenn das dann irgendwann rauskommt und er steht bei dir im Maklerbüro vor der Tür, da musst du dich nicht wundern, wenn er durchdreht, ne. Genau, gebe ich dir recht, ja. Ja, und dann ist es ja auch so, dass sie den Keller noch zeigt, wo sie ja aber nicht runter will, ne, der gefällt ihr halt gar nicht, ne. Dann bleibst du schön oben stehen, ne. Ja, du merkst, dass sie erst nachlaufen will, aber bleibt dann doch stehen. Genau. Ja, was mir aufgefallen ist hier, ich gehe stark davon aus, dass das später reingemacht wurde, weil es gibt eigentlich keinen Grund, sie nicht zu zeigen, wenn sie sagt, sie wartet hier oben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie das später reinsynchronisiert haben, weißt du, weil du hörst sie nur von oben, ne. Denke ich auch, weil sie hätte es ja auch gleich sagen können. Genau, genau. Und sie reagieren auch nicht darauf. Also, glaube ich, haben sie sich im Nachhinein dazu entschieden, sie diesen Satz sagen zu lassen. Wahrscheinlich. Und wurde dann wahrscheinlich später reingemacht. Aber, okay. Sie diskutieren ja dann miteinander, dass wir uns dieses Haus nicht leisten können und dann, ja, doch, wir können es schon, aber dann haben wir so viele Opfer zu bringen und dann essen wir, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es sich ausdrückt, aber dann müssen sie nur Tapete essen oder irgendwie sowas. Also, das sagt er zumindest im Englischen. Genau, irgendwas mit Beton, also Betonsuppe oder irgendwie sowas. Okay. Ich habe es auch immer richtig im Kopf. Ah ja, okay. Ja. Und das finde ich, ja, finde ich eigentlich ganz witzig. Sie, die Maklerin steht in der Küche und wartet und dann kommen sie dann und haben sich dann entschieden, ja, wir wollen dieses Haus kaufen. Und dann sagt sie noch so, ja, sie ist glücklich und ich bin pleite übrigens jetzt. Ja. Wie es ja in den meisten Fällen so ist. Ja. Mich würde ja mal der Preis interessieren. Also, den haben sie ja extra nicht gesagt. Also, aber mich würde trotzdem mal interessieren, was dieses Anwesen normalerweise wert wäre und was sie jetzt bezahlen dafür. Da habe ich halt überhaupt keinen Schimmer, ne? Absolut nicht. Ja, also ich meine gelesen zu haben, 80.000 Dollar, um das Haus endlich verhöckert zu bekommen, ne? Weil es anscheinend keiner haben wollte. Ja. Weil es die Geschichte auch rumgesprochen hat. Ja. Mit Befeos. Und dann mussten die es für so einen Spottpreis eigentlich verkaufen. Also ich meine 80.000 Dollar gelesen zu haben. Okay, gut. Das ist wirklich sehr, sehr wenig, ja. 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 Wenn du das Grundstück alleine noch bedenkst und dann gibt es ja auch noch dieses Boothaus und das ist ja das, was für ihn ja wirklich auch so ein Argument ist. Das findet er ja auch klasse, ne? So am Wasser wohnen und das Boothaus und das ist ja alles mega. Seine Frau sagt ja auch, ne? Gerade weil er ja ein eigenes Boot besitzt, passt es dann, ne? Richtig. Ist schon nicht schlecht. Aber es ist ja dann so, wie du gerade schon mal erwähnt hast, dass er ja dann sagt, es muss doch einen Haken geben. Irgendwie ist doch da immer ein Haken. Und dann ist sie ja ehrlich und sagt, dass es hier ein Verbrechen gab. Sie geht ja nicht so genau ins Detail, ne? Aber sie sagt dann, hier ist ein Mord passiert, aber mehr wissen sie nicht. Genau. Und dann sind sie dann auch schon ruckzuck da. Dann haben wir dann Tag 1. Tag 1, genau. Wie viel Zeit vergangen ist, weiß man gar nicht, aber wahrscheinlich so ein paar Wochen. Ein paar Wochen, denke ich mal, sind mit Sicherheit vergangen. Dann haben wir ja auch diese Montage, wie dann ja Aufnahmen entstehen, wie sie renovieren, wie sie zusammenbauen, Möbel und reinstellen und so. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe lange vorhin beim Schauen gar nicht kapiert, dass der Film gar nicht in unserer Zeit spielt, ne? Ich habe wirklich ewig gebraucht. Erst als sie später nach Mikrofilmsachen schaut, ne? Da habe ich erst kapiert, ach, der spielt ja gar nicht in unserer Zeit. Er ist ja gar nicht in unserer Gegenwart angesiedelt, ja? Also da war ich ein bisschen verpeilt, muss ich zugeben. Aber er sieht halt aber auch so frisch aus, ne? Er sieht halt wirklich sehr gut aus, der Film. Er wirkt halt in keinster Weise irgendwie, als würde er in den 70ern sein. Mir gefällt nicht so der Bart, den Ryan Reynolds hier trägt. Ich finde, dass er ohne Bart besser aussieht, dann weiter in den nächsten Filmen, die er gemacht hat. Wie siehst du das? Genau, gebe ich dir recht. Also ich bin normalerweise eher der Fan von Bart, aber bei Ryan Reynolds bin ich ganz bei dir. Also mir gefällt er auch definitiv in den neuen Filmen viel, viel besser als bei METV-Horror. Aber es sei ihm verziehen, es sei ihm verziehen. Er spielt ja trotzdem hervorragend. Ja, das stimmt. Ich habe übrigens gelesen, dass er sich hier von den Kindern während der Dreharbeiten distanziert hat. Also das heißt, er ist natürlich, er hat ihn jetzt nicht ignoriert oder so, aber er hat mit denen nie irgendwie getollt gespielt und irgendwie so, weil er keine gute Beziehung zu den Kindern aufbauen wollte. damit das nicht schwierig, damit die halt so ein bisschen Respekt oder sogar Angst haben vor ihm. Also es gab sogar einmal einen Moment, wo der kleine Jungdarsteller, also der kleinere Bruder von den beiden, also das ist glaube ich der Michael, der hat dann gesagt, hier der Ryan, der kann uns nicht leiden, hat er mal gesagt. Oh. Ja, und dann war natürlich aber klar, dass er sie natürlich leiden konnte, aber er wollte halt nicht diese Verbindung aufbauen, und dass er dann so böse sein muss zu denen und dann wieder so lieb und so böse. Und das hat ja den Kindern auch geholfen, dann ernst zu bleiben in den Rollen und auch wirklich dann Angst zu haben vor ihm, weißt du? Ja, ich könnte es nicht, aber ich glaube, wahrscheinlich war es für den Film und für die Dreharbeiten wahrscheinlich das Beste, ne? Ja, ja, das ist richtig. In der Szene danach sind sie ja im Schlafzimmer und ich glaube, sie machen da so ein bisschen Spaß miteinander und dann fällt ihm aber irgendwie auf, dass er friert, ne? Genau. Es ist total witzig, weißt du, wir sagen ja auf Deutsch, mir ist kalt. Im Englischen sagt man ja, ich bin kalt, ne? Das ist total bescheuert. Wusstest du das? Ja, nee, aber es ist bei anderen Sätzen, ne? Bei mehreren auch so, ne? Wo man, ja, ich sag mal, wo es auf dem Englischen eigentlich eine andere Bedeutung hat wie bei uns im Deutschen. Ja. Wenn man es Wort für Wort übersetzt. Ja. Es ist verrückt, es gibt in einem Film, das ist dann so doppeldeutig, weil das ist Open Water 2, das weiß ich noch, weil ich das damals nicht so verstanden habe, da war mein Englisch, kennt es noch nicht gut genug, weil da geht sie nämlich irgendwann zu ihm und sagt, I'm hot. Und dann sagt er, yes, you are, ne? Und natürlich sagt sie mit einem Hotch, sagt sie natürlich, mir ist heiß, ne? Ja. Und nicht, ich bin heiß. Aber er hat das ja, weil das ja eine doppeldeutige Sache ist, weil sie ja auch sagt, ich bin scharf in dem Fall, weißt du? Ja. Und das ist halt nicht übersetzbar. Ich weiß nicht, wie die das übersetzt haben, aber ich weiß, dass ich das damals auf Englisch nicht kapiert habe, was das soll. Okay. Mittlerweile weiß ich es ja. Das ist gut, das ist gut. Ja. Okay, jedenfalls geht er nach unten in den Keller und macht noch so ein bisschen Holz in diesen Ofen rein, wo er dann irgendwie auch das Gefühl hat, Stimmen zu hören schon. Das geht also schon direkt los, ne? Der Film läuft also 16 Minuten und wenn er den Vorspann noch weglässt und das, was vorher passiert ist, dann bist du, keine Ahnung, 11 Minuten im Film erst und schon hört er das erste Mal Stimmen. Er dreht sich ja auch um und denkt, ja, was war das jetzt? Aber niemand zu sehen, niemand zu hören. Kommt das nicht aus diesem Kaminschacht? Kommt das aus dem Kamin selbst? Das habe ich so gar nicht irgendwie aufgefasst. Ich dachte, er dreht sich um, weil das hinter sich hört. Aber das kann ich mir natürlich irren. Ich bin mir nicht sicher, aber am Anfang des Filmes siehst du doch aus, wo Ronald DeFeo, da kommen doch auch die ersten Stimmen aus diesem Kaminschacht. Ja, ja. Und deswegen dachte ich jetzt, dass es bei George genauso ist. Genauso ist. Das wäre natürlich möglich, ja. Vielleicht habe ich das auch falsch gesehen. Aber er hört auf jeden Fall was und ist natürlich schon ein bisschen verwundert, was das soll, ne? Dann haben wir die Nacht und dann gibt es dann die Szene, dass er im Bett liegt und seine Frau kommt dann dazu. Genau. Dann zieht sie sich aus und kannst du, ich habe es vergessen, was machen die dann da? Bienchen und Blümchen. Weißt du, ich habe vorhin, als ich das geguckt habe, überlegt, wie bringe ich dich jetzt in eine leicht verlegene Situation, weißt du? Keine Chance. Keine Chance, genau. Hast du es schön erklärt. Ja, finde ich auch. Diese Szene, ich erinnere mich noch ganz genau an das Kino damals. Auch wenn es, wie du gerade sagtest, 17 Jahre her ist. Ich weiß noch, wie ich das mit meinem Bruder schaute. Ich bin ja froh, dass ich nicht mit meiner Mutter geguckt habe, ne? Ja. Du weißt du eigentlich, wie schlimm das ist, wenn du als Sohn mit deiner Mutter so eine Szene schauen musst? Oh Mann. Ehrlich, das ist furchtbar. Oh Gott. Da wird mir jeder Mann zustimmen jetzt. Wahrscheinlich. Ja. Okay. Ja, jedenfalls ist die Szene ist ja soweit alles ganz klar. Also er liegt ja auf dem Rücken, sie setzt sich auf ihn, dann sind sie dann zugange. Und das ist ja auch recht, wie soll ich das sagen, recht angenehm zuzuschauen. Und dann haut sie ja dann die Hand so gegen praktisch den Spiegel über dem Bett. Und als sie dann die Hand wegmacht, stellt ja dann die Kamera auf einmal scharf. Und ich hatte es tatsächlich anders in Erinnerung. Deswegen habe ich mit diesem Schockeffekt noch nicht gerechnet in dem Moment, als wir ja dann plötzlich das erhängte Mädchen sehen im Spiegelbild. Ich war, da kann man mal sehen, dass die Erinnerung oft anders ist, als es dann letzten Endes dann doch ist. Weil ich dachte, das wäre so, dass wir diesen ersten Schockeffekt wirklich sehen und hören, in dem Moment, wenn er sie auch sieht. Und dabei sieht er sie erst einen kleinen Moment später. Wir sehen sie vorher. Und ich muss hier wirklich ganz ehrlich Props an Apple machen. Du fragst dich jetzt, warum zum Teufel Apple jetzt, sagst du? Ich habe den Film gehört mit den AirPods Pro und die haben ja dieses Spatial Audio. Und da hörst du praktisch so räumlich. Und dieser Schockeffekt, also dieses Rumsen, das kam praktisch von hinten statt von der Seite. Das ist erstaunlich, wie das funktioniert. Also ich habe den, der Sound, der ging mir durch und durch. Also ich habe mich, obwohl ich es erwartet habe, so erschrocken. Also die Soundqualität war unwertig. Das glaube ich, das glaube ich direkt. Erinnerst du mich daran, dass sich Apple eine Rechnung schreibt nachher? Ich erinnere dich dran. Ja, danke. Okay. Naja, jedenfalls, ich habe das wirklich nicht damit gerechnet so früh. Und er sieht das Mädchen ja dann. Ich glaube, sie steht in, wenn er sie sieht, aber auch auf dem Bettrand kann das sein. Genau, genau. Ja. Und er schreckt ja zusammen, völlig klar. Und sie fragt ja, was ist los? Und dann sagt er nix. Das finde ich, weißt du, warum sagt er auch nix? Unrealistisch, findest du nicht? Ja, genau. Also ich glaube, wenn ich sowas sehen würde und mein Partner würde mich fragen, was ist denn, würde ich nicht sagen, ach nichts. Ja, also nicht im, weißt du, so im ersten Moment, nicht so wirklich nach Sekunden, ne? Genau, genau. Also, weil man ist ja noch, du hast ja, bist ja noch immer im Schreckmoment und dann direkt, also dann zu sagen, ach nix. Also, da fällt mir gerade kurz was ein. Ich habe vor, ja, 2010, 11 so war es, ja, 2010 war es, da bin ich mit meiner Ex damals in eine Wohnung gezogen gemeinsam. Und dieses Haus war wirklich direkt neben einem Friedhof. Also auf dem Schlafzimmerfenster konnte man auf einen großen Friedhof schauen, ja? Und so nach einem der ersten Nächte, eins, zwei Nächte oder sowas, hatte sie dann wohl irgendwie einen Albtraum und meinte dann, also ich erinnere mich noch genau daran, dass sie aufwachte und schrie auf einmal, weil sie meinte, in der Schlafzimmertür eine Person stehen sehen zu haben. Ja, hat sie mir erzählt, also auch mit Hut oder so, hat richtigen Schreck bekommen. Und dann habe ich dann am nächsten Morgen nochmal gesagt, was war denn da los? Und meinte sie, ja, sie hat irgendwie gedacht, da steht jemand. Und dann, ja, ein Arschloch, wie ich bin, habe ich dann gesagt, ach scheiße, ja, dann, ja, und der Vormieter hat mir das erzählt, ja, der hat, deswegen ist der auch ausgezogen, weil er immer Visionen hat. Er hat immer Leute gesehen. Wie nett. Ja, super, ne? Freundlicher Typ, oder? Ja, ja, sehr. Ja, ich habe dann direkt erzählt, ja, der geht davon aus, vielleicht wegen dem Friedhof direkt nebendran, deswegen ist ja auch der Vormieter ausgezogen und es kann ja nicht sein, dass du jetzt wirklich schon was siehst und, ach, köstlich. Ja, super Art und Weise von mir, ne? Herzlich allerlieb. Ja, genau. Okay, gut, aber ich werde sie jetzt irgendwann mal aufklären. Nein, war Spaß, ich habe das nicht Jahre durchgezogen, okay. Okay, also er sagt ja dann auch, es geht ihm irgendwie nicht gut und er fühlt sich nicht gut und so und dann ist die Sache damit ja dann auch erledigt, ja, also gut. Und, ja, in einer der nächsten Szenen ist es ja so, dass die Mutter, also die, ich vergesse immer ihren Namen, also die Kathy, ne, nach oben geht und hört auf einmal die Kleine reden, ja? Ja. Und das ist ja die Chelsea und das ist etwas, das langweilt mich mittlerweile in Horrorfilmen, also dass Kinder irgendwelche Leute sehen und mit denen sprechen, das, weißt du, das habe ich gerade erst in Sinister gesehen und jetzt sehe ich es hier und dann gibt es ja auch noch, den Film Echoes und dann ist es ja auch und das ist so etwas, das mich nicht mehr gruselt heutzutage, das langweilt mich, das ist so klischeebehaftet, dass dann das Kind jemanden sieht, den die Erwachsene nicht sehen. Wie siehst du das? Ja, da gibt es dir vollkommen recht. Also ich fand es vor ein paar Jahren noch relativ gut, muss ich ehrlich gestehen, aber mittlerweile wird es in jedem zweiten Horrorfilm durchgekaut, ne, das Thema. Es ist immer wieder dasselbe. Immer hören die Kinder irgendwelche Stimmen, haben irgendwelche imaginären Freunde, die die Eltern ja nicht sehen und, so wie du sagtest, dieses richtige klischeebehaftete Horror, ne? Ja, das ist einfach typisch, ja. Langweils einem. Das ist wie die Tatsache immer mit der, mit diesen 70er, 80er Jahren Melodien und Musik, die immer manchmal in vielen Filmen eingespielt wird, das ist ja das Gleiche, ne? Oder so Kindermelodien. Ja, gut, dass du das sagst, das ist wahr, das ist so ausgelutscht, ne, dass du dann Kindermelodien oder Spielenurne hörst, die dann jetzt für Grusel sorgen sollen und das ist auch so unfassbar klischeebehaftet, dass es alles andere als gruselig ist, ja. Also, das gruselt mich mittlerweile immer, bin ich ehrlich. Finde ich gar nicht. Ich finde das total langweilig und wenn ich dann, ein Horrorfilm, der dann anfängt und ein Trailer, oh, das hört sich gut an, aber wenn der Trailer dann letzten Endes endet mit irgendeiner Spielmusik von einer, also von einer Spieleuhr, das ist für mich dann auch absolut unspannend, ja. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Na gut, die Kleine, die sagt ja dann zu ihrer Mutter, dass sie mit der Jodie spricht und sie darf aber irgendwie nicht über sie reden, darf eigentlich nichts sagen und tatsächlich sieht sie Jodie ja auch auf dem Stuhl sitzen, ne? Genau, genau. Und die ihr ja auch schon... Ähm, richtig, genau. Und die Mutter kann sie natürlich nicht sehen, logischerweise. Dann, es gibt ja diesen Moment, wo ja die Kleine dann auch Finger auf den Mund legt, um ja dann so diese Pust, also diese Still-Situation zu machen. Mir ist hier ein kleiner Fehler aufgefallen und zwar, wenn du diese Szene nochmal anguckst, dann siehst du, dass die Kleine den Finger zweimal wieder weg vom Mund nimmt. Ja, also sie nimmt einmal, wenn du dann ihre Mutter siehst, die sich halt nach hinten dreht, also um ja zu gucken, wo sie hinschaut und dann siehst du im Vordergrund, sie nimmt den Finger runter und dann den Schnitt auf das Mädchen nochmal, wie sie den Finger wieder runter nimmt. Also das ist, ähm, ähm, ist halt kein Schnittfehler, aber es ist halt ein, ähm, klar, die Szene wurde ja unfassbar oft gedreht und dann ja zusammengeschnitten, weil die ja aus mehreren Sichtweiten gedreht wird, logischerweise. Und dann passieren natürlich dann so Continuity-Probleme dann, ne? Ja, ja, klar. Aber das fiel mir jetzt nicht auf. Ja, da sind auch so Fehler, die, die musste ich tatsächlich auch, ähm, hab ich nicht gesehen, sondern erst, ähm, beim Nachlesen mal so ein bisschen. Es gibt am Anfang zum Beispiel, wenn er doch Rührei macht, ne? Du siehst, dass er die Pfanne vom Herd nimmt in Nahaufnahme und die Seiten sind volle Kanne, voll mit Eigelb, voll geschmiert, ja? Und direkt der Schnitt danach, wenn du ihn siehst mit der Pfanne, ist die Pfanne außen komplett sauber, ja? Ja, also ist aber auch etwas, das ist mir nicht aufgefallen, das hab ich gelesen und jetzt, wenn man es natürlich dann weiß, dann siehst du es auch, dann guckt man drauf, ne? Ja, stimmt, ja. Okay, in der Szene danach sehen wir ja jetzt wieder den George beim Holzhacken und dann kommt ja der Kleine auf ihn zu, der Michael. Und, äh, der sagt ja dann auch zu ihm, ähm, 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 guck mal, guck mal, was ich hier gefunden hab. Und dann ist das ja so ein komisches, ähm, Stahlteil, ne? Ist das Stahl oder Eisen, ne? Ich bin mir gerade nicht, ich würde ja Eisen sagen, ne? Auch gesagt, Eisen, ja, ja. Einigen wir uns auf Plastik. Ja, das wäre noch ein bisschen... Perfekt. Da können wir nichts falsch machen, ne? Ähm, also er sagt ja dann zu ihm, wo hast du das her? Und das hab ich im Keller gefunden. Und dann sagt er, ich will nicht, dass du in den Keller gehst, verstanden? Das ist mein Platz. Ja. Nee, er sagt im Keller und sagt, du meinst mein Büro. Und da finde ich, das ist ein bisschen schnell, ne? Er ist ein bisschen sehr schnell Arschloch plötzlich, ne? Von jetzt auf gleich, also da man merkt, dass der Film so ein bisschen durchhuscht, ne? Durch die... Ja, ich finde, er fängt in rakuten, ja, ich sag jetzt mal Schnelligkeit an, bis er mal zur Sache kommt. Ähm, das mit George, das ging mir auch ein bisschen zu fix. Ja, das ging schnell, ja. Also, am einen Abend ist das in Ordnung und am nächsten Tag wird er schon komplett Arsch zu den Kindern. Richtig, ja. Ich muss allerdings sagen, dass man manchmal dann sieht, ja, dass ja schon sehr viel mehr Tage vergangen sind. Wir gehen ja jetzt davon aus, wir sind, was weiß ich, am zweiten, dritten Tag, aber dann wird ja irgendwann eingeblendet, dass sie jetzt bei Tag 14 sind zum Beispiel. Also, es ist ja schon viel mehr Zeit vergangen und wir sehen ja dann immer nur diese Momente, wo er jetzt zum Arschloch wird. Aber eigentlich zwischendrin ja komplett in Ordnung ist zu den Kindern. Ja, genau. Aber ich hätte gerne so eine Steigerung irgendwie gehabt. Ja. Weißt du? Ja, das mag stimmen, ja. Hast du nicht Unrecht, ja. Dann sagt er ja zu ihm, hier, ich möchte nicht, dass du da reingehst. Der umarmt ihn dann ja auch. Also, es tut ihm ja dann schon so ein bisschen leid, dass er so scheiße war zu ihm jetzt. Und dann kommt sie ja mit den anderen Kindern nach Hause. Er hilft dann beim Ausräumen der Einkäufe. Und dann hören sie den Hund die ganze Zeit bellen. Und dann gucken sie raus und sehen, dass die Tür zum Bootshaus offen ist. Und dann merken sie sofort, ach du scheiße Chelsea. Ich weiß zwar nicht, warum sie direkt an die Kleine denken, aber das ist halt so. Chelsea fällt ja auf, dass nur Michael und Billy, die quasi da sind, aber Chelsea sieht sie ja nicht. Dann fragt sie doch, George, wo ist Chelsea? Und dann sagt er, zuckt er doch so mit den Schultern. Ja. Weil er acht drauf hatte, wo jetzt Chelsea hin ist, ne? Ach, deswegen kommen sie auf die Idee, ja. Genau. Sie rennen ja dann in das Haus rein und dann sehen wir ja dann auch so völlig apathisch, Chelsea, da stehen auf dem Boot mit einem roten Luftballon und Pennywise direkt nebendran. Okay, das war ein Spaß. Man hat nur drauf gewartet, oder? Ja, aber mal ganz ehrlich, musstest du dich auch an Pennywise denken? Das wäre nicht. Also mit dem roten Luftballon da und an der Schnur, das war doch so offensichtlich irgendwie S, ne? Irgendwie. Ja. Also, aber das fand ich irgendwie lustig, weißt du, dass sie ausgerechnet einen roten Ballon genommen haben, wieso haben sie keinen blauen genommen, weißt du, oder einen grünen von mir aus auch. Dann hätte man nicht so diese Assoziation zu S, ne? Ja, weil am Anfang sah man ja diese Videoaufnahmen, als sie umgezogen sind. Ja. Das, was du vorhin erwähnt hattest. Und dann sieht man doch Chelsea mit dieser Handvoll Luftballons. Ja. Die gab es ja in so gleichen Farben, mit gelb, blau, grün, rot. Warum angerechnet rot? Warum rot, genau. Na, wir werden es wahrscheinlich leider nicht erfahren. Vielleicht kann ich den Regisseur ausfindig machen und dann frage ich ihn. Ja, das passt mal. Okay. Ja, er holt die Kleine ja dann runter und dann sagt sie dann auch, dass sie der Jodie, sie wollte Jodie was zeigen. Was zeigen, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber diese halt, diese imaginäre Freundin, wovon ja die Mutter ausgeht. Und dann nimmt sie die Kleine und sagt dann, jemand hätte auf dich aufpassen sollen. Ja. Ja. Also so ein Seitenhieb gegenüber George natürlich. Ja. Genau. Also er schließt diese Hütte dann ja aber auch ab. Macht Sinn. Hätte man auch so gemacht, ja. Jo. Ja, in der Szene danach und ich muss sagen, dass ich da neulich erst mit jemandem drüber gesprochen habe über diese Szene, die jetzt kommt. Ich weiß leider allerdings nicht mehr und ich hoffe, er kann mir das verzeihen, wer es war. Also es gibt nämlich diese Szene, wo der Kleine halt jetzt nachts wach wird und er pinkeln muss. Und sein Bruder, der pennt aber, der steht nicht auf. Und dann ist es so, dass er dann alleine ins Bad geht. Ich habe da so ein bisschen Six-Sense-Feeling gehabt irgendwie bei dieser Szene, weil das ja genauso ist, ne? Ja, genau. Richtig. Ja, und dann steht er dann endlich da zum Pipi machen und dann will er dann noch zum Waschbecken gehen. Ich bin erstaunt, dass er noch so, weißt du, so als wirklich junges Kind, wirklich noch so, obwohl er Angst hat, alles noch richtig machen möchte und sich selbst die Hände waschen will, weißt du? Obwohl er sich eigentlich so in die Hosen macht gerade. Also im Sinne von, er hat Angst, meine ich damit jetzt, ne? Aber abfühlen wollte er nicht. Achso, hat er nicht? Nein. Okay. Okay, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ja gut, er wollte die anderen nicht wecken wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist die Glospülung erheblich lauter als das Waschbecken. Ja, wahrscheinlich. Das wird es sein. Naja, aber gut. Jedenfalls ist er ja da am Wasserhahn rummachen und wie gesagt, ich habe mit jemandem neulich drüber gesprochen und dann wurde dieser Schockeffekt, der jetzt kommt, dass auf einmal diese Figur neben ihm ist. Genau. Das ist wirklich ein extremer Schockmoment, ja? Und ich weiß, das ging im Kino auch ordentlich ab damals, also da zuckte einige zusammen. Jedenfalls sieht der Kleine das natürlich nicht, diese Person, ja? Ja. Und ist aber auch dann direkt wieder weg und das sind so diese Momente, wo ich halt schon oft gesagt habe, die sind in gewisser Weise Quatsch. Die sind ja dazu da, um uns Zuschauer zu erschrecken, aber nicht die Person, weißt du? Genau. Warum erscheinen Geister, Dämons und so immer nur neben dir, aber so, dass du sie nicht sehen kannst, weißt du? Also da haben sie nichts von. Dann könnten sie auch sagen, ach, ich lasse es auch bleiben, weißt du? Ich bleibe weg. Genau. Aber das ist halt so typisch Film und Fernsehen, ne? Ja. Ja, typisch Horror. Richtig, richtig. Ja, da habe ich dann so lieber sowas wie Shining, weißt du, wo dann halt auch das gesehen wird, was wir sehen von unseren Figuren, wie die Frauen der Wanne zum Beispiel oder so. Und nicht so immer diese Boo-Effekte hinten, weißt du, die unsere Figuren überhaupt nicht sehen. Da finde ich die Szene von, ich glaube, da hattest du auch schon drüber gesprochen, von Hereditary so dermaßen cool gemacht mit der Junge. Also er in seinem Zimmer sitzt und dann geht doch die Kamera so leicht hinter ihn und dreht sich doch hoch in die Ecke und dann siehst du doch die Mutter oben, wie so eine Spinne in der Ecke sitzen. Und ist das nicht, du, wo du das gerade sagst, kriege ich Gänsehaut übrigens, ja? Ja. Es ist so genial, ja, also er wacht auf und setzt sich auf und du siehst halt, die Kamera geht so zurück und dann erkennst du langsam, dass die oben in der Decke hängt. Ohne, und wir haben keine Musik, wir haben keinen Schockeffekt, der kommt, wir haben nur das Bild. Und das alleine erschreckt dich, ja? Das ist so eine typische Szene, die gruselt mich auch. Die gruselt mich heute noch richtig als erwachsene Frau. Gruselt mich das richtig? Ja. Dann hattest du ja auch da vor Augen, was ich vorhin gerade sagte, dass diese nackten Personen in der Tür stehen und dann so lächeln und dann nur so im Halbdunkel immer. Dann weißt du ja genau, wovon ich gesprochen habe vorhin. Eben, ja, ja, definitiv. Ja, das ist wirklich mega gruselig gewesen, ja. Also Hereditary muss ich sowieso noch mal schauen. Ja, das ist Horror für mich. Also alles, was mich mittlerweile nicht mehr gruselt, muss ich jetzt nicht in die Schiene Horror mit reinbringen. Also das ist eine Unterhaltung, eine gute Unterhaltung. Aber Horror ist für mich erst dann Horror, wenn es mich wirklich gruselt. Oder wie auch zum Beispiel, was in deinem Kopf abspielt sowieso, was du gar nicht siehst, ja? Genau, genau. Und als er dann aufsteht und in das Kinderzimmer geht, einfach um zu gucken, ob alles okay ist oder ob die schlafen, was auch immer, da sieht er ja plötzlich jemanden mit einer Knarre vor dem Zimmer stehen und zielt auf die Kinder. Und er kriegt einen Riesenschreck, die Person dreht sich zu ihm um und wir sehen, das ist er selbst. Und er denkt sich, oh mein Gott, was ist hier los? Und dann guckt er sich selber an. Man sieht ja schon, dass er die Waffe gegen sich selbst richtet und dann auch abdrückt. Aber die Kamera, es wird aber zu früh weggeschnitten, sodass du halt nur das Blut an die Wand spritzen siehst. Genau. George wacht dann auf, also es war ein Traum letzten Endes. Und ja, und als er dann aber dann sich umguckt, sieht er, dass wieder alle Fenster offen sind, ne? Also jedes Fenster im Schlafzimmer ist auf und es ist wieder 3.15 Uhr, ja? Weißt du, da fällt mir wieder was ein. Hast du mal, na, was ist eine Frage, Emily Rose hast du natürlich gesehen, ne? Claro. Hast du mir nicht mal erzählt, dass du die Folge zu Emily Rose mehrfach gehört hast da auch? Lieblingsfolge. Ja, das hast du damals schon gesagt, immer noch? Ja, immer noch. Ah, das freut mich. Immer noch. Sehr schön, sehr schön. Ja, das ist tatsächlich, da ist es ja so, dass sie ja immer um 3 Uhr nachts wach werden, ne? Gerne. Und das ist mir ja mal passiert, ne? Kurz nachdem ich diesen Film geschaut habe, ne? Also ich weiß nicht, vielleicht war das sogar direkt am Tag danach. Da mache ich die Augen auf nachts, gucke auf die Uhr und dann ist es Punkt 3, weißt du? Und ich denke so, ja, vielen Dank auch. Ja? Ich habe dann durch den Mund geatmet, weil ich nicht wollte, dass es nach Rauch riecht, weißt du? Ja. Ja, nur nichts einbinden jetzt, nur nichts einbinden. Ja, genau, genau. Da fühlte ich mich ein bisschen verarscht jetzt. Oh, 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 also, ne. Oh Gott, oh Gott. Konntest du dann wieder einschlafen? Ähm, ja, schon. Es ging dann schon, aber, also ich wollte nicht aufstehen, um was zu trinken oder auf Klo zu gehen oder so. Also ich bin liegen geblieben, ne? Ich habe gesagt, ne, penne einfach wieder ein. Also muss es auch nicht herausfordern. Ne, das verstehe ich, das verstehe ich. Ja, gut. Ich weiß gar nicht mehr, als ich das erste Mal Emily Rose geschaut habe, da hatte ich ja auch so fürchterliche Angst, dass ich nachts wach werde. Ja. Ich bin auch nachts wach, aber nicht um drei. Ich musste nur wach, um schnell auf die Toilette zu kuschen. Und dann ging ich auch wieder ins Bett, aber ich kam nicht mehr so schnell in den Schlaf wie du. Ah, ja, okay, okay. Der Film hing mir auch noch lange, lange nah. Also ich habe den damals im Kino geschaut, 2005, das weiß ich noch, und fand ihn gut, aber letzten Endes fand ich ihn später auf DVD dann, als er rauskam, noch besser. Also ich hatte ihn nicht so gut in Erinnerung im Kino. Also obwohl der natürlich da auch schon unfassbar spannend war, ne, und so, also das definitiv, ja. Genau, also ich finde so diesen Stil, den der Film mit reinbringt, finde ich klasse. Ich mag sowas, ich mag sowas, ja. Das Einzige, was mich immer wieder ärgert in dem Film, ist, dass unsere Ellen Brunner, also unsere Hauptdarstellerin, viermal in der Bar was zu trinken bestellt, ohne jedes Mal einen Schluck zu nehmen. Das hast du schon bemängelt, ja. Ja, genau. Das Einzige, was mich immer ärgert. Sowas Verschwenderisches. Genau, genau. Ich glaube, mit der, die du die Folge aufgenommen hattest, die hatte ja auch gesagt, dass Erin Brunner immer top gestylt ins Bett geht und morgens wieder aufsteht. Und das ist auch so, das ist so. Ja, das stimmt. Als ich das auch gesehen habe, dachte ich, wie unrealistisch. Welche Frau legt sich abends so ins Bett und steht morgens so top gestylt wieder auf? Ja, ich meine, du weißt nie, wer klingelt nachts so leicht? Ja, klar, klar. Ja, klar. Welcher Geist steht heute Nacht vor meiner Tür? Ja, richtig, genau. Ja. Okay, er will das Fenster wieder zumachen und er realisiert aber dann, dass das Bootshaus offen ist, obwohl das Herz abgeschossen hat. Und in dem Moment fliegt ja auch dieser rote Luftballon wieder raus. Und er kriegt einen Schreck, denkt wieder an Chelsea, ja. Ja, what the fuck, ja, rennt natürlich dann runter, rein und sieht ja dann auch Blasen, die ja dann hochkommen. Und er hat natürlich Angst um sie, dass sie vielleicht ins Wasser gefallen ist. Und er springt ins Wasser rein, sucht nach ihr, kann sie aber bei dem dunklen Licht und bei diesem trüben Wasser jetzt natürlich nicht sehen. Er kommt dann wieder hoch und dann hört er dann aber Gebelle. Und dann gibt es diese Szene, wie er hochgerannt kommt und dann auf dieser Brücke steht, ja, bevor er den Hund sieht. Ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast, ja. Da ist er ja nur in seiner Shorts und mit freiem Oberkörper, ne. Und ich weiß noch wie heute, wie durch den Kinosaal ein, oh, ging. Also, und ich gehe fest davon aus, das waren nur Frauen. Ja. Sagen wir mal so, mich hat jetzt der Anblick seines Körpers jetzt nicht so überrascht und begeistert, weil ich das sowieso jeden Abend im Spiegel sehe, weißt du? Ich habe das Gefühl, du glaubst mir nicht. Wie kommst du denn da drauf? Ja, das laute Lachen eventuell. Aber ich kann mich auch irren. Okay, gut. Also, er geht dann zum Hund und sagt, sag mal, was ist denn los mit dir? Willst du mich umbringen? Also, das sagt er zum Hund. Warum meint er das eigentlich? Geht er denn davon aus, dass der Hund jetzt in diesem Schuppen war und, und, und... Ja, dass er ihm einen falschen Alarm vermittelt hat, wahrscheinlich, ne. Ja, okay, okay. Ja, genau. Ja, weil ich habe das vorhin nicht so ganz nachvollziehen, verzogen. Also, warum beschimpft er den Hund jetzt? Also, inwiefern kann der Hund ihn jetzt irgendwie, da warst du jetzt für, ne? Ja, ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass der Hund ihn quasi zu dem Bootshaus gelotst hat, weil der Hund dachte, dass Chelsea da drin ist wahrscheinlich. Ach so. Das ist ja nicht so wahr, aber der Hund hat wahrscheinlich nur die Geister da drin wahrgenommen oder so. Ja, ja, okay. Gut, ich jetzt einfach mal. Und dass George deswegen dann einen Zorn hatte, er sprang ja auch nachts in das kalte Wasser rein. Und an irgendjemandem musste er ja sein Zorn auslassen. Ja, ja. Das Wasser war bestimmt zwei Zentimeter kalt, oder? Ja, so ungefähr. Ja, genau. Okay, gut. Er guckt ja dann nach oben und sieht doch tatsächlich dann Chelsea am Fenster, die runterschaut und guckt ihn an. Und dann ist sie aber wieder weg, sondern ein Fenster weiter. Und da ist ja plötzlich dann auch dieses Mädchen, also die Jodie hinter ihr, so als dieses tote Mädchen. Ja, und da ist es so gewesen, dass er ja ganz erschrocken ist, rennt nach oben und die Kleine liegt da jetzt aber wieder zu pennen. Er ist da aber recht schnell überzeugt, dass sie fein schlummert, weil er hat das hier gerade gesehen. Müsste er nicht irgendwie so meinen, sie verarscht ihn hier? Da wäre ich jetzt von ausgegangen. Könnte man meinen, ne? Ja, weil ich glaube, er ist ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit in der Verfassung, dass er weiß, dass er sich Dinge einbildet. Genau, das ist richtig, ja. Genau. Also ich würde an seiner Stelle halt die Kleine halt wecken und sowieso davon ausgehen, dass sie wach ist und sagen, hier, was machst du hier? Und wer war auch hier mit dir eben drin? Genau. Also hier muss ja noch jemand sein. Stattdessen ist er direkt beruhigt. Sie schläft, geht dann in den Schrank, wo er dann diese Puppe findet, mit einem Auge nur. Und da sehen wir ja dann, und das hatten wir ja eben schon, diesen Schockeffekt, dass die Kleine jetzt, also die andere Kleine oben festgehalten wird. Das ist ja wieder nur so ein Effekt für den Zuschauer, ne? Ja. Ja. Der aber nicht so viel zur Sache tut. Und er nimmt dann dieses Püppchen, was er dann, oder diesen Teddybären ist es ja eher, und legt den ja dann der Kleinen mit ins Bett. Genau. Meinst du, dass Chelsea wirklich am Fenster stand oder was denkst du darüber? Das ist eine gute Frage, ne? Oder ob er sich das eingebildet hat, ne? Wenn du das so sagst, denke ich tatsächlich eher, dass es vielleicht eine Einbildung war von ihm, ne? Du könntest es recht haben. Ja. Ja. Ja? Weil da war ich mir auch noch relativ unsicher, ob sie jetzt wirklich da stand oder hat er sich das eingebildet. Ja. Und er kommt dann dazu und sagt dann, was ist denn los? Was machst du denn hier? Ja, hier, das ist der einzige warme Platz im Haus hier oder Ort. Und irgendjemand macht ihm mal die Fenster auf. Ja. Und ja, und sie meint auch dann, ich bin mir nicht sicher, sie sagt dann irgendwie so, also auf Englisch sagt sie dann, oh, poor baby, sagt sie zu ihm. Aber das meint sie jetzt aber nicht irgendwie herablassend. Und dann sagt er, bitte red nicht so mit mir wie mit deinen Kindern. Also das war schon ein bisschen fies, ne? Diese Antwort. Ach, sie meint es ja nur gut. Ja, genau. Sie will ihn ja nicht hier ärgern oder verarschen, sondern sie meint es ja wirklich nur gut. Und dann erzählt er ja auch, dass er gerade eben im Haus war, dass das Schloss offen gewesen ist. Oder er meinte, dass Chelsea im Bootshaus war, woraufhin sie sagt, das hast du doch aber abgeschlossen. Und dann meint er, ja, aber irgendjemand hat es wieder aufgeschlossen. Und dann zeigt er ja auch diesen Schlüsselbund, der ja dann wohl bei, bei Billy dann im Zimmer gewesen ist. Das ist natürlich auch irgendwie Quatsch. Und darauf wird gar nicht mehr weiter eingegangen. Wer hat den Schlüssel da hingebracht? Und wenn, und wir sehen ihn, den ja auch gar nicht dort finden. Also vielleicht lügt er ja auch einfach nur, ne? Ja, ja. Das könnte ja auch sein, ne? Genau. Einfach was zusammengereimt oder so. Weil, so wie du sagst, man sah ja nichts. Da kam ja keine Zwischenszene irgendwie, in der du gesehen hast, dass er den Schlüssel bei Billy aus dem Zimmer entnommen hatte oder gefunden hat. Oder geschweige denn, dass Billy irgendwas mit der Sache zu tun hatte. Ja, ja, okay. Ja, in der Szene darauf ist es so, dass sie dann eher mit Billy im Auto ist. Und dann sagt er auch zu ihm, hier, man kann sich auch gerne mal entschuldigen. Da bricht man sich keinen Zacken aus der Kunde so um den Dreh. Und daraufhin sagt dann aber er, ich werde mich nicht für etwas entschuldigen, was ich nicht getan habe. Er hat diesen Schlüssel nicht genommen. Ja. Und dann haben sie wohl Holz gekauft oder besorgt. Und das Auto ist ja voll mit Holzscheit. Man sagt Holzscheit, ne? Genau. Ist voll damit. Und dann lässt er dem Jungen alle, also zumindest sieht das so aus, dann alleine dann ausladen. Das ist natürlich schon echt hart. Ja, da kannst du ja nicht einen zwölfjährigen Jungen so viel Holz raus ausladen lassen. Allein. Das ist ja schon ein bisschen heftig. Ja. Oh ja. Dann gibt es dann so den Moment, die Mutter ist nichts ahnt in der Küche und ist, glaube ich, so am Abwaschmachen. Und dann sieht sie diese Magnete an dem Kühlschrank. Und da steht ja dann Catch them, Kill them. Ja? Und das Them wird ja nur mit E-M abgekürzt. Genau. Und Catch schreibt man ja eigentlich mit C, ne? Das ist jetzt ein K stattdessen. Aber klar, das heißt ja, fangen sie und bringen sie um, ne? Genau. Ist ja auch aufgefallen, dass das eine Anspielung sein sollte auf den Jeremiah Catchem. Nee, nee. Der Mann, der ziemlich am Ende erwähnt wird, der die Indianer als Sklaven gefangen hielt. Der, dass sich die Kehle aufschlitzt. Ach ja, okay. Ja, und der wird genau so geschrieben, wie die Magnete zusammengesetzt waren am Kühlschrank. Ah, okay. Ja, das ist interessant. Genau. Und da ja Catch mit C normalerweise geschrieben wird, glaube ich, war das so eine Anspielung auf diesen Jeremiah Catchem. Das ist mit Sicherheit eine Anspielung gewesen, ja? Ja. Interessant, interessant, ja. Ja, okay. Sie geht ja dann, sie hat ja dann auch was gehört, ne? Und auch was im Spiegel gesehen und guckt sich ja dann auch um, wo sie dann allerdings niemanden sieht. Dann hört sie plötzlich ein Geräusch aus der Küche und geht wieder rein und dann steht er jetzt plötzlich am Kühlschrank. Die Magnetbuchstaben sind aber jetzt wieder alle durcheinander, ja? Und da ist sie natürlich so ein bisschen verwirrt, ne? Sagt er dann auch, hast du gerade das mit dem Magneten da gemacht vorhin? Ja. Und er so, nee, ich weiß nicht, wovon du redest, ne? Also, ich hab keinen Schimmer. Genau. Und in der Szene darauf ist ja dann so Date Night, wie es aussieht, ne? Aber man merkt, dass er hier schon nicht so gut aussieht, ne? Er hat halt immer so ein schwitziges Gesicht, ne? Also, er sieht nicht gut aus, ne? Genau. Und so rot unterlaufende Augen, die werden ja auch immer stärker ausgeprägt bei ihm, ne? Genau. Billy kommt dann irgendwann und sagt, ich will keine Babysitterin, ich hab keine Lust auf eine Babysitterin und muss nicht sein und so weiter und so fort. Und dann klingelt sie ja an der Tür. So. Und dann sagt dann sie, ich bin Lisa, ich bin die Babysitterin. Weißt du, wenn ich jetzt Date Night hätte, ja, und die Tür geht auf und die Babysitterin ist da, dann schick ich meine Frau mit meinem Kind weg und dann bleib ich zu Hause. Dann wirst du doch mal zum Kind. Nein, natürlich nicht. Aber weißt du, keine Frau der Welt, auch sie hier jetzt, also jetzt die Frau von George hier jetzt, ja? Die Cathy, die muss doch ein Riesenproblem mit so einer Babysitterin haben, oder? Normalerweise, aber sie wirkt so ruhig, ne? So richtig? Ja, sie denkt, weißt du, ich meine, sie sagt doch einfach nur, hi, ich bin Lisa, die Babysitterin, die muss doch sofort, ich meine, das sehen Frauen doch. Frauen sehen doch, wenn eine andere Frau gut aussieht und irgendwie wissen sie auch ganz genau, dass der Partner sie toll findet. Ja. Selbst wenn er das immer verneinen würde. Ja, das kann der tausendmal abstreiten. Ja, richtig, das weiß man als Frau, ne? Ja, genau. Also so eine Babysitterin zu Hause ist, glaube ich, eine große Gefahr für eine Ehe. Denke ich auch, denke ich auch. Also ich fand es auch völlig unrealistisch, so ihre Art und Weise, wie sie damit umging. Und alleine die Tatsache, dass die Babysitterin, Lisa heißt sie, glaube ich, dass sie sagt, es ist schön wieder, oder es ist merkwürdig, wieder in diesem Haus zu sein und dann fragt sie doch, wieso? Ja, ich war ja schon mal Babysitter bei den DeFeos. Richtig. Würdest du so einfach, wenn du die Geschichte wüsstest, würdest du so einfach dann das Haus verlassen? Nee, das ist mir auch dann, das ist mir auch aufgefallen, weil sie sagen nicht mal Ciao, ne? Sie gehen einfach. Ja, genau. Also wildfremde Frau, kommt rein, sagen drei Sätze und dann gehen sie, ne? Ja, also das Erste, was ich gemacht hätte in dem Moment, ich hätte direkt die Tür zugemacht und hätte gesagt, wie, du warst Babysitterin bei den DeFeos. Ja. Äh, komm, komm du mal mit. Ja, richtig. Willst du einen Kaffee? Wir besprechen uns mal kurz eben. Ja, das stimmt. Das fand ich total unrealistisch. Wie sie, wie sie da so reinkommt, ich habe ja immer noch die genaue Erinnerung ans Kino, ne? Wie sie so reinkommt und dann, sie meint, komm, ich nehme dir den Mantel ab und sie den Mantel auszieht und die Kamera so zurückgeht, ja? Dann in dem Moment, dann erinnere ich mich am Kino, da macht es so, wow. Dann kam die Stunde der Männer. Das war, richtig, das waren jetzt die Herren im Saal. Aber man muss ihr aber auch lassen, das ist eine Top-Szene. Also, sie ist da super getroffen, sie sieht fantastisch aus. Die Schauspielerin ist auch wirklich eine tolle Frau, ich habe sie auch in ein paar anderen Filmen gesehen schon. Also, eine bessere Rolle konnte sie gar nicht kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das hat nämlich so viel gezeigt, also ihr Aussehen, ihre Figur, also Mann, Mann. Also, die hat danach noch einige Rollenangebote wahrscheinlich bekommen, denke ich mal. Ja, vor allen Dingen die Figur, ne? Also, da gibt es ja nichts dran auszusetzen. Genau, genau. Also, jetzt, wo du es sagst, ja, ja, du hast recht, ja. Da hast du vorher nicht drauf geachtet. Nein, nein, nein. Der Kleine ist ja jetzt auf einmal voll begeistert von ihr, er ist zwar erst zwölf, aber gut, er weiß auch, wie eine gut aussehnte Frau aussieht. Dann sagt er ja dann zweimal, ich bin Billy, ich bin Billy. Also, George meint doch dann, na, willst du immer noch keine Babys? Ja, richtig. Das war schon eine ganz witzige Sache. Naja, in der Szene darauf ist es dann so, dass sie ja dann gemeinsam in dem Restaurant beim Italiener sind, du hast es ja gerade erwähnt, und sind am Essen, haben einen gemütlichen Abend und, ja, Lisa ist natürlich dann im Klo oder im Bad und muss erst mal, ich glaube, in der Wasserpfeife, ne, rauchen, so, ne? Ist es eine Wasserpfeife? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. So ein kleines, tragbares Teil, ich kann es dir nicht sagen, also es ist außerhalb meines Bereichs. Ja, ein Pluppefläschchen. So kann man es sagen, ja. Ist schön ausgedrückt, richtig. Die beiden sind ja dann noch am Essen und ich glaube, dann kommt ja dann irgendwie so dieser Spruch, da weiß ich leider nicht mehr so ganz genau, aber dann sagt er etwas, was sie so erst, also ich bin mir jetzt bei natürlich George, ne, und Kathy, und dann ist es so, dass er irgendwie sagt, er weiß ganz genau, wie das hier weitergehen soll, und sie ist sich erst so unsicher, was er jetzt sagt, und dann meint er, dass ich für den Rest meines Lebens dir meine Zeit damit verbringen würde oder werde, dich glücklich zu machen. Ich habe mir den Satz aufgeschrieben vorhin. Musst du dir den merken? Ja, ich bin morgen auf der Arbeit eventuell die ein oder andere Kundin. Wenn es nicht klappt, die nächste Kundin kommt. Sicherlich. Naja, jedenfalls ist sie natürlich begeistert, ja, von dem, was er sagt, und so. Ja, und dann kommt dann diese Szene, die nächste, wo Lisa auf dem Bett ist bei Billy im Zimmer, und dann ist es ja so, dass sie, ja, die Zunge ganz weit rausstreckt, und man sieht, dass sie eine extrem lange Zunge hat, ja. Genau, genau. Ich habe ja die kürzeste Zunge der Welt, ne, ich kann ja kaum mehr als eine Zungenspitze rausstrecken, ist erstaunlich, also, also, das ist wirklich so, ähm, Leute denken immer, ich verarsche sie, wenn es heißt, streck mal die Zunge raus und ich mach das, dann heißt es immer, komm, jetzt streck mal raus. Also, ich bin fertig, sag ich dann immer. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht, ja. Übrigens, kleiner Funfact hier, tatsächlich war hinten das Poster einer anderen Band zu sehen. Die haben sich aber dann dazu entschieden, ein Poster von Kiss zu nehmen, weil sie während des Drehs wohl bemerkt haben, was die Schauspielerin Rachel Nichols, die Lisa hier spielt, für eine ewig lange Zunge hat, ne, und deswegen kam dann so diese Idee auf, ach, du könntest die Zunge rausstrecken, und deswegen machen wir dann hinten ein Poster von Kiss, dann gibt es da auch noch so ein Gespräch, was man mit reinbringen kann. Also, das war, ähm, aufgrund ihrer Zunge dann, ähm, entschieden worden, das so zu machen. Okay, dann hat er auch Billy wahrscheinlich in den anderen Szenen vorher noch andere T-Shirts an, ne? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Das mag stimmen. Genau. Das ist richtig. Hier hängt übrigens auch ein Poster von Alice Cooper im Hintergrund mit einem Logo, das Alice Cooper erst seit 2000, äh, seit 2000 benutzt erst. Also, ähm, das konnte da noch gar nicht auf dem Poster sein. Ja. Und, ähm, es gibt auch noch irgendwie eine andere Band, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, wie die jetzt hieß, das auch als Poster hier im Hintergrund zu sehen, und die hat sich auch erst drei Jahre, also, der Film spielt 75, und die hat sich erst 78 gegründet, diese Band. Also, konnte es dieses Poster damals auch noch gar nicht geben. Das ist also auch ein Fehler im Film, ne? Ja, ja, okay. So ein kleiner Filmfehler, ja. Okay. Ja, sie, ähm, liegt ja dann da so auf seinem Bett, und, äh, er ist ja dann, ähm, ja, so schlawinzelt so ein bisschen um sie rum und dann fängt sie ja dann irgendwann an zu erzählen, weißt du eigentlich, was in diesem Haus passiert ist? Nee, kann ich nicht sagen. Ja, ich bin aber auch, ähm, nicht sicher, ob du das wissen darfst. Seine Eltern werden bestimmt voll pissig sein mit mir. Und dann, und dann, und dann kommt sie auch so auf allen Vieren auf ihn zugekraxelt. Ist irgendwie ganz interessant, ne? Wie so als, als, ähm, Junge, noch nicht in der Pubertät, aber man trotzdem schon so, wie er trotzdem schon so hin- und hergerissen ist von ihr, ne? Also, er ist total begeistert von ihr. Das merkt man ja eindeutig. Genau. Es war wie die Szene, als er mit der Popcorn-Schüssel vor der Badezimmertür steht und sagt, magst du Popcorn? Ja. Magst du was essen? Ich weiß gar nicht mehr, was er sagt. Ja, richtig, genau. Und dann gehimmelt an sie. Mmh, das ist süß, Schott. Ganz süß, genau. Ja. Der Kleine kommt ja dazu, der Michael, und, ähm, er soll sich die Ohren zuhalten, weil sie dann erzählt, was hier passiert ist, ähm, mit dem, also was der ältere Bruder hier gemacht hat. Was mir nicht so ganz gefällt, ist so diese, wenn sie sich dann zu ihm dreht und sagt, mit einem Gewehr, und dann bam, 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 und du dann diese Schüsse gleichzeitig hörst und diese Schnitte auf diese Bilder. Ich finde, das ist unnötig. Das ist ein unnötiger, ähm, Effekt. Und außerdem möchte sie, dass der Kleine sich die Ohren zuhält, und dann schreit sie aber mit einem Gewehr, bam, bam, bam. Das macht irgendwie keinen Sinn. Genau. Als ob er sich auch die Ohren richtig zuhält. Ja, richtig, genau. Ja, völliger Grutsch. Ja. Also das war unnötig. Also, dass sie das erzählt, hat mir besser gefallen, als jetzt uns plötzlich so einen, so einen, so einen, so einen unnötigen Schocker reinzubringen, weil natürlich erschreckt das im ersten Moment, ja. Das hätte man anders nutzen können, ne, die, die Szene. Genau. Ja, finde ich, ja, ja. Sie erzählt ja dann, dass die Brüder hier in diesem Zimmer erschossen wurden, in diesen Betten, wo ich mich frage, das Haus war ja leer, ne, also waren das ja nicht diese Betten, ne, also das halte ich auch für nicht richtig, ne. Ja, ja, ja. Gut, ich glaube, es ging eher darum, den Jungs einfach Angst zu machen, ne. Ja, so, aber eigentlich hätte sie sich denken müssen können, dass das, dass das, dass die Betten da ja noch nicht standen, ne, dass das andere Betten waren, aber, ja, sie interpretiert da viel zu viel rein. Ja, aber du hast recht, sie will den Kindern Angst machen. Ja, genau, genau. Lustig finde ich das, ich weiß jetzt nicht, wie sie das auf Deutsch sagt, aber sie sagt ja dann, I suck at babysitting, ne, also, ich meine, wir wissen ja, dass suck bedeutet schlecht sein, doof sein, kacke sein ist ja nicht zu übersetzen, aber ich glaube, sie sagt im Deutschen, als Babysitterin bin ich echt scheiße, ne, oder ich bin eine scheiß Babysitterin oder so. Aber gut, dass sie das erkannt hat, ne. Genau, genau. Ja, sie hat es erkannt. Ja, ja. Ja, und in der Szene darauf kommen sie dann oben in Chelseys Zimmer an, wo sie ja dann sagt, da in dem Schrank haben sie die kleine Jodie gefunden und dann kommt ja aber auch Chelsea dazu und sagt, Jodie sagt, dass du eine böse Babysitterin warst und dann so, ja, und was ist die Jodie noch tot, ja. Genau. Und dann sagt er dann, Billy, dann, hier, wenn du da reingehst, ne, dann, ich weiß nicht genau, ich, oder, ich wette mit dir, dass du dich nicht traust oder so, also, er sagt auf Englisch, I dare you, was ja so viel bedeutet, ich, ähm, ich fordere dich heraus, sowas in der Art, ne, wobei dare ja aber trauen heißt in dem Fall, also, bin mir nicht ganz sicher, aber dann sagt sie, ja klar, was kriege ich dafür, ich will dafür ein Kiss-Poster, ne, also, wäre lustig, wenn sie gesagt hätte, ich will dafür ein Kiss, wo er natürlich erst die Augen, ganz weit aufreißt und dann sie das Poster dann auch nachwirft, das wäre doch lustig gewesen, oder? Ja, ja, eben, genau. Ich glaube, den Kiss würdest du nämlich auch kriegen, ohne dafür, dass sie sich traut. Ja, du, du musst nicht in den Schrank reingehen. Ja, ja, genau, so um den Dreh, oh ne, ich trau mich doch nicht, ja gut, dann, egal, dann komm her. Na gut, sie geht in den Schrank und, uh, ist das hier gruselig und so, und dann springt die Tür auf einmal zu, so, ach du Scheiße, ja komm Kinder, ist jetzt nicht so lustig, mach dir auf. Da finde ich, ähm, das ist mir gestern aufgefallen, äh, vorhin aufgefallen, ihre Panik ist zu schnell, weißt du, letzten Endes ist ja nichts, wofür sie sich fürchten muss, es ist ja nur die Tür zu. Und die Tür ist jetzt auch kein Hindernis. Also da jetzt gleich dann da so durchzudrehen und mach die Tür auf und vergott noch mal und mach sie auf, wie sie da rum brüllt, sofort, das ist ein bisschen schnell, ne? Ja, es ist ja auch Licht an, ne? Ich würde jetzt mal behaupten, es ist so eine Art Kleiderkammer. Ja. Oder, ja, so eine Art begehbarer Kleiderschrank, es brennt ja auch Licht da drin. Genau. Ne, es ist ja nicht so, dass, 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 dass diese Kammerstock dunkel ist und sie sieht gar nichts mehr oder, ne? Also, denke ich dann auch, kann man schon ein bisschen noch Ruhe bewahren. Richtig. Bis zu dem Zeitpunkt, wo das Licht ja tatsächlich dann ausgeht oder, oder immer an und aus, an und aus und dann hört sie auf einmal hinter ihr, hallo Lisa. Ja. Und dann dreht sie sich um und sieht dann die kleine tote Jodie da. Ich finde das so krass, wie sie sich dann die Haare wegmacht und dann so sagt, guck mal, was Ronny gemacht hat. Genau. Und dann, ähm, siehst du ja dann unter ihren Haaren dann so die, die, den Einschuss, ne, über ihrem Auge. Ja. Und das ist schon hart. Und sie kann natürlich das überhaupt nicht glauben, was sie sieht. Und dann greift sie ja ihre Hand und ihren Zeigefinger und, und, äh, drückt ja dann ihren Finger in ihre Wunde rein, warum auch immer, ja? Genau. Und da ist sie eigentlich noch recht, äh, locker und sieht aber dann, weißt du, das interessiert sie noch nicht so sonderlich, ne? Ist egal. Ja, aber dann sieht sie auf einmal die Kleine da tot liegen und dann auch dann, ähm, kill them, kill them, kill them überall stehen. Und dann rastet sie ja voll aus und lasst mich raus, macht die Tür auf und lasst mich raus und so weiter und so fort. Ähm, übrigens ist es so, dass diese Tür ursprünglich aus Gummi war. Ähm, das haben sie gemacht, damit, ähm, Rachel Nichols sich hier nicht verletzt, weil sie zwei Tage nämlich an dieser Szene gedreht haben und sie, ähm, immer praktisch die Zeit damit verbracht hat, die Hände gegen diese, gegen diese Tür zu hauen. Allerdings, ähm, hat diese Tür dann nicht überzeugt im Endergebnis, weil man gesehen hat, dass sie einfach nicht gut aussah oder auch nachgegeben hat. Und dann haben sie das nochmal mit einer echten Tür gedreht und, ja, dann hat sie dann nochmal zwei Tage lang dann auf eine echte Tür eingeprügelt, ja. Okay, krass. Wenn man ja bedenkt, ich glaube, die hatten ja, ähm, den Film innerhalb von, ich glaube, zwei Monaten oder so im Kasten, ne? Ja, okay, das weiß ich jetzt nicht genau. Dann alleine zwei Tage, nur für diese Szene, das ist schon ein Ding, ne? Ja, klar, aber gut, du wirst ja auch aus mehreren Sichtweiten gedreht, logischerweise. Das ist zeitaufwendig dann, ne? Ja. Ja, okay. Ja, und letzten Endes haben sie ja sogar vier Tage dran gedreht, weil sie ja das nochmal wiederholen mussten, ne? Genau, genau, weil ja die Tür nichts brachte, ne? Genau, die hat versagt. Ja, es ist ja dann so, dass die, in der nächsten Szene bricht sie ja dann zusammen und dann ist ja ein Krankenwagen da und die, ähm, Babysitterin wird abgeholt. Lustig fand ich, und das war immer mein, mein Bild, das habe ich immer so gesehen, dass die auf dieser Trage jetzt, ähm, festgeschnallt wurde, wie als wäre sie eine Verrückte, weißt du, weißt du, also, damit sie sich nicht verletzt oder so. Letzten Endes ist es aber nur ein Armreifen großer, den sie am Arm hat, aber ich dachte immer, das wäre so eine Fixierung gewesen. Ähm, da habe ich das immer falsch gesehen. Ja, aber es, im ersten Moment sieht es so aus, also da gebe ich dir schon recht. Ja, also hast du es vor Augen, ja, das, was ich da meine. Man sieht dann auf den zweiten Blick, dass sie ja die, 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 die Hände so nach oben, ne? Und, und zittert ja, die, die bebt ja am ganzen Leib. Genau, da hat sie überkreuzt, hat sie die Arme, ja. Genau, genau, ja. Richtig. Und, ähm, eigentlich, äh, wie, was soll uns das jetzt sagen? Ist die jetzt, äh, wahnsinnig? Also, ist da jetzt wahrscheinlich, ne? Ich meine, die wird ja irgendwie, sie sagt ja auch, sie hat Judy gesehen, ich hab Judy gesehen und die ist doch eigentlich tot, die ist doch eigentlich tot und ich hab Judy gesehen, ne? Also, dass sie jetzt am nächsten Morgen aufwacht und sagt, oh, das war ein Abend gestern. Ja. Ist unwahrscheinlich, ne? Das Kiss-Poster habe ich bekommen. Ja, das hat sie ja vergessen, glaube ich. Das hätte eigentlich zusammengerollt mit auf der Trage liegen müssen. Genau, genau. Wo ist Billy mit meinem Poster? Ja, richtig. Oder vielleicht eine Szene noch irgendwie zwischendrin, dass sie das holen geht oder so. Genau, genau. Aber ich glaube, das ist ihr jetzt ziemlich egal gerade, ne? In dem Moment, glaube ich, schon. Ich denke auch, ja. Ja, ähm, sie sind natürlich alle total verrückt, was ist denn hier passiert und, und so einen Streich zu machen mit ihr, das kann ja wohl nicht sein und, und, Und Billy und auch Michael, äh, sagen ja dann auch dann, äh, das war kein Streich und, und wir, und, und dieses Haus war das, das ist böse. Und dann ist er ja auch richtig laut zu den Kindern, sagt ja auch, Halt's Maul! Ich weiß nicht, ich glaube, so hätte ich das jetzt übersetzt zumindest. Ja, ja, ja. Weil sie ist ja dann auch völlig überrascht, ne, wie, so, ich meine, es sind immer noch ihre Kinder, ne? Also sie hat ja natürlich immer noch so diesen Punkt da, dass er dann auch immer noch gucken muss, wie er redet mit, mit ihren Kindern, ne? Ja, sicher nicht. Das ist ja auch noch so eine Sache. Und da, er ist natürlich total sauer und dann, ähm, sagt sie doch dann Kinder, sagt, was ist passiert? Dann sagt er, Mensch, das bringt doch zunächst, du musst mal richtig mit denen reden, du musst mal ein bisschen, ich glaube, mal ein bisschen Disziplin hier beibringen, ne? Ich glaube, so drückt er sich aus. Ja, ja. Ja, und dann sagt doch dann plötzlich der, der, der Billy dann, warum habt ihr uns nicht gesagt, dass hier Menschen getötet wurden? Woher wisst ihr das? Ja, das hat uns die Babysitterin gesagt. Genau. Dann sagt er, ähm, im Englischen zumindest, Babysitter is an Idiot, wo ich halt, das finde ich ein bisschen sehr, da, weißt du, was er da auf Deutsch sagt? Also, da, jeder Satz wäre cooler gewesen, besser gewesen, weil, ähm, da hätte man sagen können, die hat doch Blödsinn geredet oder glaubt nicht alles, was sie einem, was ihr heute hört, irgendwie sowas. Wollt euch Angst machen, hört da nicht hin, ne? Und, und, äh. Ja, genau, sowas, ja. Aber nur zu sagen, sie ist eine Idiotin, widerspricht ja nicht dem, ne, was, was sie gesagt hat, ne? Stimmt, stimmt. Fand dich tatsächlich im englischen Original jetzt nicht so den besten Satz? Ja, es, äh, ja. Ich hätte mich, glaube ich, auch anders ausgedrückt. Ähm, ich glaube, dann sagt doch auch dann die, 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 die Kathy so, komm, wir reden da morgen drüber, geht jetzt ins Bett. Weil, das ist auch ganz witzig, ne, er hat gerade darüber gesprochen, dass in, ja, in ihrem Zimmer jemand umgebracht wurde, also zwei Kinder, und dann, wir reden da morgen drüber, geht ins Bett, weißt du? Ist vielleicht auch nicht so ideal, ne? Jetzt geht ihr erst mal rauf und schlaft mal eine Nacht drüber. Ja, genau. Du hast jetzt gerade gesagt, geht ihr erst mal rauf, ich habe erst verstanden, geht erst mal eine rauchen, habe ich gerade verstanden. Die, da war ich gerade, also, was hast du gerade gesagt? Okay, dann war es mir klar. Ich denke, noch schlimmer. Ja, genau. Damit die runterkommen, ne? Genau, genau. Okay. Ja, in der Sinne darauf, ähm, die Kinder gehen ja dann auch hoch, weil er sie ja hochschickt, und dann geht sie dann aber nochmal hoch zu der Kleinen, ähm, Chelsea. Chelsea. Und, ähm, dann unterhält sie sich mit ihr, und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was Chelsea ihr sagt. Hast du das noch im Kopf? Ich glaube, sowas wie, ähm, ich meine, dass sie zu ihrer Mutter sagt, ähm, irgendwie sowas wie mit, äh, Jodie meinte, ein böser Mann lebt hier. Ah, ja. Und da meinte ich am Anfang, sie meint George, aber im Endeffekt, jetzt beim, beim nochmal sehen, ähm, meint sie ja eigentlich diesen Ketchum, ne? Ja, die, 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 die. Interessant, ja. In der nächsten relevanten Szene sitzt die Familie ja jetzt am Essen, ja? Genau. Und, ähm, er ist ja so ein richtiges Schwein, ne? Also, also, er spuckt einfach irgendwie, ich glaube, er rülpst oder stößt, stößt auch auf. Und sie meint ja dann irgendwie zu ihm, ist das jetzt, soll das jetzt hier Disziplin sein oder, oder ist das hier Torture, glaube ich, sagt sie, also ist das hier jetzt Folter oder, oder? Schikane, ja. Schikane, mhm, okay. Ja, weil sie, er benimmt sich ja furchtbar. Und. Ja. Mir ist aber aufgefallen, dass der Billy nicht mit am Tisch sitzt, ne? Es sind nur die beiden Kleinen, ne? Die da hocken. Billy ist gar nicht mit am Essen. Keine Ahnung, wo der ist. Ja, ja. Ja, und dann sehen wir ja in der nächsten Szene, wie er unten im Keller ist, wo er ja dann anfängt, da ein bisschen zu renovieren, ne? Also, wo er dann so neue Platten verlegt, äh, also so, 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 so Riehgipsplatten, glaube ich, um das Ganze ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Und dann fühlt er sich doch immer wieder zu dieser Wand hingezogen, wo er doch dann das Gefühl hat, dass dahinter irgendetwas ist, ne? Also, dass er was hört. Ja. Dafür ist mir auch aufgefallen, dass die Soundkulisse einfach richtig gut ist, ne? Also, das ist schon wirklich richtig spannend. Wahrscheinlich hörst du nicht mit Kopfhörer, ne? Denke ich mal. Aber du. Ja, ja, das ist richtig, ja. Habe ich das schon mal erwähnt? Nein. Habe ich ja ahnt. Ja, ja. Und ich dachte immer, ich habe es für mich behalten. Die Soundkulisse ist super in dem Film. Ja. Wir sehen ihn ja gar nicht jetzt, wo er auf einmal ist oder wie er durch die Wand kommt, weil das ja wahrscheinlich auch eine Art Vision ist, die er da hat, ne? Weil er läuft ja durch diesen langen Gang und dann sieht er da eine Leiche auf. Auf so einer Bahre liegen und wir sehen, dass hinten der Rücken so aufgeschnippelt ist, also so wirklich so eine klaffende Wunde. Ja, ja, ja. Er nimmt dann den Kopf der Person und dann ist das halt auch er selbst, ja? Genau. Und ich glaube, er sagt dann zu sich selber, bring sie rum, ne? Genau. Er ist ja wie am Ausbluten auf diesem Tisch oder auf diesem Protest, wo er da dann sich draufliegen sieht, ne? Das stimmt, das stimmt. Und du siehst dann direkt danach, dass er bricht, ja? Er ist dann am Kotzen und macht sich auch so ein bisschen, nimmt dann eine Tablette und, ja, macht sich ein bisschen frisch. Er ist erstaunlich, sind so die Kontaktlinsen, die er hat, ne? Also so richtig rabenschwarz, ne? Und dann ist es so, dass er aber meint, es ist eine gute Idee, sich jetzt in eine heiße Wanne zu legen, ja? Genau. Und wie er da so liegt und sich dann so ein bisschen in das Wasser reingleiten lässt. Und das ist jetzt halt auch so typisch Horror-Klischee in gewisser Weise, ne? Wie auf einmal dann Arme ihn umschlingen und ihn nach unten ziehen, ins Wasser. Und er natürlich voll am Aus-Ticken, ja, und kann sich nicht, findet keinen Halt. Dann wird er praktisch aber auch regelrecht aufgerissen, sieht man ja kurz, ne? Dass da, also dass er so zerrissen wird von den Armen, ne? Oder Händen, ne? Ganz kurzes, also ganz schnelle Sekunde, wo man das sieht, ne? Dass er wie so ein Stück Haut weggerissen bekommt. Genau, genau. Und er schreckt dann auf, ich muss sagen, diese Szene in der Wanne, wo er da so hochkommt und sie ihn da so hochzieht, das sehe ich richtig beim Dreh vor mir. Weil, du musst ja mal bedenken, er ist ja unter Wasser. Und dann heißt es dann, und Action! Und dann zieht sie ihn hoch. Und dann muss er von 0 auf 100 in dieser Verfassung sein, weißt du? Also, du bist praktisch eigentlich locker und musst aber spielen, dass sie dich gerade im letzten Moment hochgezogen hat aus dem Wasser und du gerade eben noch fast ertrunken bist. Das ist dann natürlich dann schon schauspielerisches Talent, das von jetzt auf gleich darzustellen. Innerhalb von einer Sekunde, ne? Ja. Okay. Ähm, sie zieht ihn ja hoch und sagt, Schatz, was ist denn? Was hast du denn? Und ja, also sie merkt natürlich auch, dass hier irgendetwas ganz und gar nicht stimmt, ne? Mit ihm. Sie gehen ja dann auch zum Arzt, wo er ja dann untersucht wird. Und dann kann er aber irgendwie nichts feststellen, ne? Und ich glaube, der hat ja auch so ein CT oder sowas gemacht, wahrscheinlich. Und dann kriegt er ja dann eine Nummer von einem Psychiater oder Psychologen, ne? Und da sagt er ja dann auch, was meinen Sie denn, dass ich verrückt bin oder was, ja? Und dann meint ja der Arzt, ich will Sie hier nicht beleidigen, ich möchte Ihnen nur helfen, herauszufinden, was das Problem ist, ne? Und ja, und dann geht er auch, hat er auch recht. Ich meine, ähm, die Untersuchungen für ihn selbst, für den Arzt, waren ja abgeschlossen. Genau. Ohne Befund, ne? Ich glaube, das wäre im realen Leben nicht anders, dass du dann einen Zettel in die Hand gedrückt bekommst. Hier, geh mal zum Psychiater. Ja. Lass dich mal durchchecken. Ja, und dann fahren Sie ja dann durch die Stadt, wahrscheinlich Richtung nach Hause. Hier habe ich gelesen, dass man einige Autos sieht an der Straße, die es noch gar nicht gegeben hat, 1975. Aha. Und auch manchmal 15, 20 Jahre danach erst gebaut wurden. Also da haben Sie sich dann nicht ganz so die Mühe gemacht, weißt du, wie mit den Postern jetzt vorhin und mit dem Logo von Alice Cooper und die andere Gruppe, die es noch gar nicht gab. Und die Autos jetzt hier, da ist halt so mehrere Augen zugedrückt worden, ne, damals. Die Kinder sind ja alleine zu Hause und Billy passt auf die beiden auf und sagt ja dann, die Chelsea, darf ich meinen Teddy holen, der hat auch Hunger oder Durst. Und dann sagt er, ja, aber komm direkt wieder runter, ähm, Mom, mach mich fertig, wenn sie mitbekommt, dass ich dich alleine rumlaufen lassen habe. Und dann kommen sie zu Hause an, auf einmal fällt der Teddy ihm direkt vor die Füße, ja. Ja. Und dann sehen sie nach oben und sehen plötzlich die Kleine oben auf dem Dach stehen und sagt, Mami, Mami, hallo, ich bin hier oben. Und da kann ja wohl nicht wahr sein. Übrigens steht die Kleine da tatsächlich oben auf dem Dach. Das ist doch unfassbar. Unfassbar. Also das ist, äh, ich hab mich erinnern an eine Szene, ich weiß nicht, ob das ein Bild war oder ein Video sogar, aber da siehst du halt natürlich eine Art Kran oben am Dach noch, also über dem Dach, wo sie selbstverständlich von mehreren Seilen gehalten wird, ne? Genau, genau. Ich hatte mir auch ein Video angesehen von den Making-ofs. Ja. Ich konnte es gar nicht glauben, dass sie das wirklich trainiert haben. Wie musst du ein Kind dazu bringen, trainieren, üben, üben, dass es auf so ein Dach steigt? Ja. Also ich bin da auch wirklich baff und ich gehe aber auch davon aus, natürlich hat man die gefragt, ne? Also, und du musst ja nicht nur das Kind fragen, musst ja auch die Eltern fragen, ne? Also so auf die Idee, ähm, ist das okay, wenn wir die Kleine aufs Dach stellen? Und die Eltern sagen dann, ja, ja, macht man, weißt du. Das Dach ist auch gar nicht hoch, braucht ihr keine Angst haben. Ja. Ne, also das fand ich schon, äh, war natürlich schon ziemlich, äh, risky, ne? Also das war krass. Also ich hätte es nicht gemacht. Ich habe ja extreme Höhenangst, ne? Ja, ich auch. Ich auch. Ne, also wenn ich, ähm, mich aufs, aufs Bett stelle, weißt du, um, um irgendwie, an den Rauchmelder zu kommen oder sowas, ähm, kriege ich schon Schnappatmung, ja? Ja, verstehe ich, da fühle ich mich jetzt. Okay. Ja, das ist echt mein großes Problem. Ja. Naja, jedenfalls, sie rennt ja nach oben. Er will aus irgendeinem Grund, äh, mit der Leiter nach oben. Ich weiß ja nicht, was er vorhat. Er kommt von unten mit der Leiter doch gar nicht bis ganz hoch. Also was ist sein Plan? Ne, was soll das? Also. Ist komisch, ne? Ich fand es schon witzig. Ja, also ich fand es auch wirklich seltsam. Wo willst du hin mit der Leiter? Ja. Er ist in dieser Situation so ein bisschen hilflos, ne? Also als wüssten sie nicht, was sie mit ihm machen sollen, ne? So, stellen wir jetzt mal die Leiter an, die, die Leiter an die Hausfassade. Guck mal, was passiert. Ja. Wie weit ich komme. Richtig. Oh Mann. Ja. Was ich eine sehr schöne Einstellung finde, ist, wenn sie auch aufs Dach klettert und du siehst im Hintergrund den See und sie dann so in Richtung Schornstein losläuft und dann an den Schornstein rum und du siehst die Kleinen im Hintergrund balancieren und den See im Hintergrund. Das finde ich richtig schön gefilmt, also tolle Einstellung. Dann sagt ja dann ihre Mutter, die ihr ja dann auch nachläuft, also balanciert dann so, Mäuschen, komm zu mir, komm zu mir. Nein, die Jodie möchte mir was zeigen. Und tatsächlich will sie ja dann auch springen. Und im letzten Moment kann die Mutter sie aber greifen und rutscht ja dann auch noch das Dach herunter, das fand ich auch super gemacht, ne? Also diese, diese Szene war, war klasse und wird ja aber dann, sie wird ja festgehalten dann von einem Mauerfuhrsprung oder, oder einem kleinen Schornstein oder sowas. Und, naja, die Kleine löst sich dann immer mehr und im letzten Moment kann er sie aber dann noch greifen und, ähm, retten, ne? Ähm, ich fand's bloß so ein bisschen eigentlich unrealistisch, weil, wenn du mal dran denkst, wo die Mutter noch stand auf dem Dach, welche Position sie auch hatte, sie stand ja noch, ne? Genau. Und in dem Moment, als Chelsea runtersprang, lag Kathy ja auf dem Dach, sie stand nimmer, sie lag ja schon. So schnell wie das ging, das ist unmöglich, das hätte die niemals geschafft. Die hätte das niemals geschafft, die Kleine noch zu fangen. Nein, hätte sie nicht, nein, absolut nicht. Und du siehst auch, wenn du dir das anguckst, dass sie sie gar nicht fängt. Du siehst, dass sie, dass sie sie gar nicht greifen kann in dem Moment, aber sie dann trotzdem hat, das ist ja typisch Film dann, ne? Dann ist ja klar, dass das dann nicht so gefilmt wird. Das hat man sie auch schon ganz oft gesehen, weißt du, dass eigentlich dran vorbeigegriffen wird oder gar nicht erreicht wird. Und in der nächsten Szene wird's dann, aber hat man sie natürlich dann und, ne? Genau. Und ihre Mutter rastet ja voll aus, ne? Sagt ja dann auch zur Kleinen, wie konntest du das tun und was geht in dir in dem Kopf vor? Und die Kleine sagt ja dann auch, ähm, ähm, ich wollte mit Jodie, und dann würde ich irgendwann ausrasten, weißt du, also jetzt zum Teufel, red nicht diese Scheiße mehr mit Jodie. Ich meine, gut, sie ist ein Kind, aber irgendwann ist auch mal gut, so weit, dass sie sich hier umbringen, kann's ja nun wirklich nicht gehen. Und, ja, und dann erzählt sie ja dann irgendwann, dass sie ihr Daddy zeigen wollte, ja? Sie wollte sie zu Daddy bringen. Das fand ich echt, ähm, das hat mich total gerührt vorhin, weil du kannst natürlich einem kleinen Kind sowas erzählen, ne? Und das, das fand ich, ähm, ja, also das fand ich echt total, ähm, gemein, weißt du, dass dann so ein Geist, ein kleines Mädchen, die weiß, ihr Vater ist im Himmel, dann sagt, komm, ich bring dich zu deinem Daddy, weißt du, finde ich furchtbar. Ja, finde ich auch. Also, du weißt ja im Endeffekt nicht, wie, wie ein Kind, oder wie es in dem Kopf von einem Kind aussieht, äh, dass so ein Schicksal getroffen hat, ne? Ja, genau, genau, ja, ja. Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Sie tut ihr dann ja auch leid, natürlich, und dann geht sie rund und umarmt die Kleine, und dann kommt ja dann George dazu und sagt, was ist denn hier los mit euch eigentlich, ne? Und dann dreht er sich ja um und läuft dann weg und, ähm, sagt er zumindest auf Englisch, Wacko Family, das heißt so viel wie, ähm, was ist denn, verrückte Familie oder bescheuerte Familie, irgendwie sowas sagt er dann auf Deutsch wahrscheinlich, ne? Ja, genau, ja. Und dann siehst du ja auch, dass er die Schnauze voll hat wohl irgendwie von seiner Frau und zieht in den Keller, ne? Er holt sich ja so ein paar Sachen und Wecker und Decke und der will jetzt im Keller wohnen. Aber da reden die gar nicht drüber, ne? Ich hätte erwartet, dass das mal irgendwie angesprochen wird von ihr. Ich meine, dass sie immer fragt, warum, warum willst du jetzt hier im Keller hocken, ne? Ja, ja, ich glaube, weil sie auch, ähm, wahrscheinlich unheimlich verwirrt einfach ist, ne? Die Tatsache, dass die Kleine da auf dem Dach stand, ähm, George spielt immer mehr verrückt und ich glaube, die hat einfach keine Kraft mehr auch zu fragen, was ist los, was, ne? Die ist, glaube ich, auch total überfordert mit der Situation, was da gerade alles passiert, ne? Richtig, genau. Wahrscheinlich. Ja, und in der Szene darauf entscheidet sie sich ja dann aber auch, ähm, diesen Pfarrer zu besuchen, ne? Und dann erzählt sie, dass ihre Familie auseinander geht, sie weiß nicht, was sie tun soll und dann meint er, ja, ich kannte mal eine Familie. Und dann sagt sie so, ja, ähm, ich lebe in ihrem Haus. Genau. Und dann, ähm, ja, guckt er natürlich ein bisschen verdutzt. Ja, und dann kommen wir zu der Szene, wo sie wieder am Holzsacken sind, wo sich, ähm, George jetzt dazu entschließt, dass es eine gute Idee wäre, wenn Billy diese Holzscheite festhält, ja? Ja. Ich meine, das ist natürlich völliger Quatsch, ja, aus welchem, aus welchem Grund, ne? Genau, ja, wahrscheinlich, äh, um ihn zu bestrafen einfach, ne? Ja. Denke ich, äh, ja. Ja, es tut ja gar nicht nur, dass er die festhalten muss. Ja, und dann ist es dann so, dass er dann ja im letzten Moment loslässt und dann sagt er, mach noch ein anderes Holzscheit drauf, ne? Und mach die Hand weg und dann sagt er, mach die Hände dran und dann sagt er, nein und dann sagt er, du machst jetzt die Hände dran. Und dann gibt es diese Szene, da weiß ich noch, dass die im Kino gelacht haben, weil er ja sagt, wir sind eine Familie und wir haben viel Spaß, weißt du? Ja. Ja, wir schütteln uns jetzt. Ja, genau. Das fand ich wirklich sehr amüsant, ja, wie, wie er da, aber das war halt einfach auch lustig, weil das ist halt unheimlich viel Spaß, den sie da haben, gerade gemeinsam, ne? Seht man ihn ja auch an. Ja, absolut, ja, das ist ein richtig schönes Familienfeeling. Ja, hier sieht man übrigens auch, dass es ein anderer Holzscheit auf einmal ist, ne? Weil er legt nämlich jetzt den zweiten, den er auflegt, ist dann einer komplett ohne Rinde und den, den er aber dann zerschlägt, ist einer mit Rinde, ja? Okay. Ja, nur mal so als nebenbei so ein bisschen pinziges Gelaber. Ja, gut, ja, und dann ist er ja unten im Keller in der nächsten Szene, wo er sich die Aufnahmen anguckt, wo sie das Haus renoviert haben. Ja, wo ich mir da auch dann erst dachte, ach, guck mal an, der Film spielt ja gar nicht in unserer Zeit, ja? Deswegen ja auch diesen alten Projektor natürlich, ja? Genau. Da war ich total raus, weil der Film für mich halt einfach nicht diesen Look hat, 70er Jahre. Auch wenn, natürlich so von der Kleidung her und auch von den Autos her, zum Großteil das wohl stimmt, ja, aber, oder von der Technik, ne? Ja, aber ich hab's einfach nicht gesehen. Nee, nee, geb ich dir aber recht. Weißt du, wo das auch nicht ist, finde ich, bei den Conjuring-Filmen. Ja. Die spielen ja auch, was weiß ich, 1982 oder so, jetzt keine Ahnung, aber da siehst du es auch nicht irgendwie so, ich weiß nicht. Ja, das stimmt, das ist aber auch, weil du die Schauspieler kennst, weißt du? Du weißt, du weißt Ryan Reynolds und dann auch die Schauspieler aus Conjuring, die ist halt klar, das sind halt Schauspieler der heutigen Zeit und deswegen hast du da alleine deshalb schon Probleme zu glauben, dass das jetzt in den 80ern oder 90ern spielt oder 70ern, weißt du? Ja, genau. In der Szene darauf wird er ja dann wach. Wieder um 3.15 Uhr, ne? Genau, er wird wieder um 3.15 Uhr wach und geht in das Bootshaus. Weißt du, warum er in das Bootshaus geht? Wird er gerufen? Hört er irgendwie Geräusche daraus oder so? Also, ich meine zu wissen, dass er wie geleitet wird von der Stimme. Ja, okay. Ja, er hat das Gefühl, dass da irgendwas mit ihm ist, ne? Er hört ja Geräusche und dann auf einmal greift ihn ja etwas an, ne? Und er rastet ja aus und schlägt mit der Axt ja auch zu und erkennt aber dann, ja, dass es der Hund ist, ne? Ja. Dass er den Hund umgebracht hat. Eine ganz schlimme Szene. Ja, für Hundeliebhaber schwer zu ertragen, ne? Ja, oh ja. Also für alle, aber für Hundeliebhaber besonders natürlich, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich habe immer meine Probleme mit Tieren in den Filmen, ne? Auch so Pferde und Hunde und, ach, da fühle ich immer richtig mit. Es tut mir immer so leid. Ja, ja. Das machen viele, ja. Das machen sehr viele. Weißt du, wenn jetzt der Hauptdarsteller kriegt den Kopf weggeschossen und Sieg wird zerstückelt, okay. Aber die Katze wird ertränkt, um Gottes Willen. Gott ist nicht so passiert. Verbietet diesen Film. Die Katze darf nicht sterben. Nein, genau. Und der Hund jault einmal kurz auf. Das kann nicht sein, ne? Oh, genau. Ja. Er ist ja dann am nächsten Morgen in der Küche und seine Frau kommt zu ihm und sagt, hier, pass mal auf, irgendwas passiert hier mit uns. Das Haus tut uns nicht gut. Wir müssen hier weg. Und dann sagt er dann auch, du wolltest dieses Haus haben und jetzt hast du's. Ja, und wo sollen wir auch hin? Und wir sind jetzt hier verschuldet. Und dann hat sie gemeint, ja gut, dann sind wir eben hier und dann haben wir dieses Haus, aber dafür sind wir keine Familie mehr. Ja. Und er ist natürlich dann, ja, also er rastet voll aus. Also jetzt hast du dein Haus und jetzt lebe auch hier. Ich sagte auch zu ihr, sie kann auch verschwinden oder sowas. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Er sagt ja, wieso bist du nur so fürchterlich dumm? Ja, genau, genau. Wann bist du so dumm geworden? Oder doof, ja? Und, ja, und dann kommen ja dann die Kinder im Hintergrund dazu und sagen, sie können den Hund nicht finden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie der heißt. Äh, Harry. Harry, okay. Gut, okay. Ja, also sie können Harry nicht finden. Und dann sagt ja dann auch George dann, ja, vielleicht ist er weggelaufen. Und dann sagt Billy, ja, Harry ist noch nie weggelaufen, ne? Mhm. Und dann sagt ja aber seine Mutter dann zu ihm, Billy, so um den Dreh widerspreche jetzt nicht, ne? Also da zieht sie ihn und, ja, also raus hier und, und dann hauen sie ja auch wieder ab, ja. Und dann verlässt sie ja auch dann, ähm, die Küche und lässt, und er bleibt alleine. Ja, und dann kommt ja dann tatsächlich der Pfarrer, ne? Mhm. Ja. Und sie unterhält sich ja mit ihm. Und, ähm, ja, und dann läuft er ja auch. Und ich muss sagen, ich finde die Szene ein bisschen unnötig, ja? Das ist für mich schon, also hat so ein bisschen Exorzisten-Feeling jetzt, weißt du? Ja. Dass er da jetzt mit Weihwasser um sich wirft und segnet dieses Haus und schützt dieses Haus. Würde das ein Pfarrer machen? Also ich, ich bin da so. Ja, also, ich bin da ja auch kein Experte drin, aber, ähm, so von den Filmen, die, die man bisher so gesehen hat, ist es ja meistens so, dass der, ich sag jetzt mal, ein Priester kommt, wenn jetzt ein Exorzismus durchgeführt wird, ne? Ähm, und dann dementsprechend, äh, Weihwasser, ähm, mit Weihwasser das Zimmer oder das Haus segnet oder die Person irgendwie segnet, aber ich fand zu dem Film und zu der Szene jetzt passt es irgendwie nicht richtig. Nee, ich auch nicht. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Lückenfüller, weißt du? Weil der Film ist sowieso nicht lang, der geht ja nicht mal anderthalb Stunden. Ja, und dann die Tür, die fällt ja zu. Und dann geht ja der Pfarrer so Richtung Lüftungsschacht, wo ja dann plötzlich so ganz viele Fliegen dann raus, ähm, schießen und, und, ähm, ähm, ja, wuseln dann rum bei ihm am, 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 am Gesicht. Dann geht die Tür wieder auf, so als würde das, 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 das Haus oder die Geister des Hauses sagen, so, jetzt mach dich mal schnell ab hier, weißt du? Ja, genau. Also sie lassen, sie killen ihn nicht, sondern sie lassen ihn gehen wieder. Ja. Und, ja, und mir gefällt auch wirklich der Blick des Darstellers nicht im Auto, wenn er wegfährt, weil du siehst ihm da nicht die Angst an, die er eigentlich haben müsste. Ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast, aber sie geht ihr und sagt, Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, wo gehen Sie hin? Und dann klopft sie an die Scheibe und du siehst dann, wie er den Gang einlegt und sie anguckt und da könnte er genauso gut auch an einer roten Ampel gewartet haben gerade, weißt du? Ja, ja, genau. Also da fehlt einfach so ein geschockter Blick, weißt du, so ein Schreckmoment noch, den er ja eigentlich noch immer in den Knochen haben müsste. Es sind ja erst wenige Sekunden vergangen, ja. Genau, und, äh, sorry, aber würde ein Pfarrer oder ein Priester so reagieren, ihr noch nicht mal eine Erklärung abgeben, warum er jetzt so schnell das Haus verlässt, ne? Ja, also, wenn das wirklich der Fall ist, dann solltest du dir Gedanken machen, ne? Ja. Dann mach dir wirklich Gedanken, also da stimmt irgendwas nicht. Also es ist ja dann so, aber dass, ähm, George direkt hinter ihr steht plötzlich und nimmt sie in den Arm, sagt dann auch sowas wie, ähm, alles gut, alles gut, glaube ich, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ja, und dann ist es nachts und da ist es und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, hab ich zum ersten Mal gesehen. Du siehst so, ähm, mehrere kleine Szenen, du siehst halt die Lampe, du siehst, ähm, das dunkle Wohnzimmer und dann siehst du, dass die Haustür offen steht und du siehst, dass auch hinten jemand läuft. Ist dir das aufgefallen? Genau. Mit so einem Umhang an oder sowas, ne? Ja, das konnte man meinen, ne? Ja, das fand ich richtig gruselig, ne? Was soll uns das sagen, ne? Wer ist das? Keine Ahnung. Ja. Und es ist ja ständig der Hund am Bellen, ja, immer wieder, die ganze Zeit. Und er kann ja nicht schlafen, der George, und wird ja irgendwann böse und sagt, Gottes Willen, Harry, sagt er. Und registriert ja dann, der Hund, der ist ja gar nicht mehr da, ja? Den hat er ja gekillt, also irgendwie, da stimmt doch was nicht, ne? Genau, genau, ja. Und dann ist der Fernseher, dieser Alte, im Hintergrund an und da sind diese Zeichen drauf. Und diese Zeichen haben wir auch zu Beginn gesehen, als am Anfang der Sohn der Familie, kurz bevor er losgeschossen hat, also wo sie ihn dann soweit hatten, ne? Mhm, mhm. Ja, aber auf Mikrofilmen ja dann versucht, ähm, was herauszufinden. Und da sieht sie ja auch, dass diese DeFeo-Familie ja dann umgebracht wurde und das Stimmen ihm befohlen haben, das zu tun. Also er hat halt Dämonen gesehen. Ja, ja. Und nach 28 Tagen, nachdem er wohl in den Keller gezogen ist, hat er dann seine Familie umgebracht, ne? Ich glaube, so wird das dann gesagt im... Genau, genau so. Richtig, richtig. Und sie recherchiert ja dann auch, glaube ich, so den Ursprung des Hauses, noch bevor die DeFeos drin wohnten. Wo das Haus noch nicht komplett gebaut war. Ach, das hat die Markterin auch am Anfang gesagt, dass das Haus 1600 noch was angefangen wurde zu bauen, ne? Ähm, aber zumindest der Keller und alles danach wurde dann oben drauf gesetzt und das ist ja sehr interessant, ne? Also wenn du einen Keller hast von 1600 noch was, man, man, also das kann auch einiges erzählen, ne? Ja, das stimmt, ja. Und da recherchiert sie ja dann nach und stößt ja dann auf den Namen Revenant Jeremiah Ketchum. Ja, genau. Das erste Mal. Und liest ja dann auch nach, dass er quasi früher, als der Keller erbaut wurde, wie so eine Stätte für Indianer quasi eingerichtet hatte da drin. Mit den Indianern dann regelrecht einen Abschlachtprozess vernommen hatte. Ja, genau. Und sich ja dann auch selbst die Kehle durchschnitten hat, dass ein Geist sozusagen weiterleben kann und über dieses Anwesen herrscht weiter. Schön zusammengefasst, sehr gut, ja. Ja, und währenddessen, während sie dort ist und sich da schlau macht, holt er jetzt den Hammer und bricht da die Wand ein. Also erst macht er die Holzverkleidung weg und bricht dann die Wand ein. Und dann ist er in diesem ewig langen Gang, wo dann er Visionen hat, ne, von diesen Wesen, die da, oder Verrückten, was auch immer man dazu sagen will, in diesen Kerkern, ne? Ja, genau. Ähm, das wäre schon unfassbar aufregend, ne? Stell dir mal vor, du findest unter deinem Haus so einen Gang. Ja. Das, also aufregend wäre das schon. Ich meine, jetzt das zu finden da mit so Folterwerkzeugen wäre jetzt nicht so toll, ne? Aber wenn du so einen Gang unter deinem Haus, das, das hat mich schon immer fasziniert, ja? So etwas, das dann mal zugemacht wurde und das Einzige, was mich da so ein bisschen rausnimmt, sind die Fenster, ne? Weil da sind nämlich tatsächlich, ähm, 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 so kleine Fenster oben links, wie so Kellerfenster bei so alten Häusern, weißt du, wo das nur so Gitter sind? Und die müssten ja oben irgendwo zu sehen sein, weißt du? Also, das heißt, so komplett, äh, versteckt kann das ja nicht sein, ne, wenn Sonnenlicht reinkommt, ne? Eben, eben, genau. Und Kathy ist natürlich total entsetzt von dem, was sie herausgefunden hat und fährt zum Pfarrer und sagt, warum haben sie uns alleine gelassen, warum sind sie einfach abgehauen? Und dann meint er, ich glaube, er sagt, ihr Haus macht mir Angst. Ja. Er sagt doch dann auch, wenn ich mich nicht irre, ähm, sie müssen ihre Familie da rausbringen, ja? Ihre Familie muss da raus, sie dürfen sie auf keinen Fall, ähm, ähm, da lassen, das ist, äh, ganz, äh, auf jeden Fall wichtig, sonst, sonst, ähm, nimmt das ein böses Ende. Und gleichzeitig sehen wir ja, dass, dass George diese Vision hat von diesem, du hast es gerade erwähnt, Ketchum, ne, der sich da die Kehle aufgeschlitzt hat und dann wird er mit Blut bespritzt ohne Ende und so. Und das ist dann so, ja, weißt du, dann nimmt das alles ein bisschen zu viel, ähm, ähm, Wirrheit an sich, weißt du? Du, da bin ich dann bei so viel Krimskram und dann irgendwann ein bisschen raus, weißt du? Ja, genau, das waren, äh, zu viele Informationen auf einmal, ne, das hätte man besser auf den Film verteilen können, finde ich. Richtig, genau, nicht alles so in diesen zwei Minuten, ne? Ja, genau, genau. Richtig, ja. Zu schnell. So ist es. Er pennt ja und dann ruft sie an, er geht ans Telefon und dann sagt sie, hier, George, tu mir einen Gefallen, nimm bitte die Kinder und verlasse das Haus, ähm, du musst da raus. Und, und er legt halt auf, beziehungsweise, ähm, legt auf seine Art auf, indem er das Telefon aus der Wand reißt, ne? Und, ähm, haut es zu Boden. Ähm, sie fährt nach Hause, kommt aber erst jetzt im Dunkeln an, also, keine Ahnung, wo die gewesen ist, dass sie so lange unterwegs ist, ja? Er ist währenddessen im Bootshaus und sucht was im Wasser. Ähm, er scheint da so mit der Lampe ins, äh, ins Wasser rein und während, und, und als sie dann plötzlich dazu kommt, scheint er ihr ins Gesicht und sie fällt ins Wasser rein und ihre Haare verhängen sich in der Bootsschraube. Ja, ja. Er hat ja dann noch diese Vision, was er auch vorher bei Billy hatte, als er die Aufnahme angeguckt hat, dass sich ihr Gesicht kurz in so eine Art Dämon verwandelt, ja? Und da kriegt sie, und, ja, und er macht halt aber die Schraube nicht aus, ne, also die Schiffsschraube, kriegt aber dann doch irgendwann so einen kurzen Moment der Vernunft und lässt ihre Haare dann ja dann frei, dass sie sich ja dann befreien kann. Er gibt, nimmt, er will ihr auch die Hand geben, das schlägt sie weg, ne, ist ganz entsetzt, was, wie kannst du nur, und was ist los mit dir, du wolltest mich umbringen? Und er guckt ja nur so mit so einem, hä, hä, Blick, weißt du, so, was ist mit dir los, ne? Ja, genau, genau. Ich glaube, er sieht seine Familie ja sowieso nur noch als eine Art Dämonen, ne, die ihn zur Gefahr werden könnten. Also ich glaube, richtig als Kinder und Ehefrau sieht er die gar nicht mehr. Richtig, richtig. Er ist jetzt so weit, dass er jetzt eigentlich gar nicht mehr einen klaren Blick hat. Aber was hat er eigentlich im Bootshaus gemacht? Was hat er unter Wasser gesucht? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hat er vielleicht irgendwas gesehen oder, oder? Ja, ich glaube, es ist so, dass er was sieht. Also man sieht doch mal kurz, dass er irgendwas registriert. Aber, aber was wird überhaupt nicht drauf eingegangen? Es war halt einfach nur, es ging um diese Szene mit dem Boot, weißt du. Man wollte sie unter Wasser haben. Ja. Also das ging halt darum, der Grund, warum er letzten Endes da war, war dann jetzt nicht relevant. Es ging halt um diese Szene einfach, weißt du. Ja, genau. Das Einzige, was ich mir erklären könnte, warum er wieder im Bootshaus war, dass es was mit diesen Indianerleichen zu tun hatte, die in diesem See, in den See quasi, geschmissen wurden. Ach so, ah ja. Das könnte vielleicht da zusammenhängen, das weiß ich aber nicht genau. Ja, okay. Sie geht ja dann in den Keller, oder ist dann im Keller zumindest drin, wo sie ja dann Särge sieht, die gebaut wurden von ihm, mit dem Namen drauf. Er kriegt dann, sie kann es ja kaum fassen, er steht auch plötzlich schon hinter ihr mit der Kleine, also die hat sie dabei und sie kann ihm die Kleine abnehmen und rennt nach oben. Und er bleibt zurück und dann finde ich diese Einstellung, diese Szene wirklich cool gedreht. Irgendwas macht ihm die Tür auf und dann steht er da mit der Knarre, lädt die so durch, so locker, lässig, während er die Treppe hochgeht, weißt du. Also das fand ich ganz cool gedreht. Ja, finde ich auch. Ja, dann hat der Film sein Finale, wo ich, ich will das nicht schlecht reden, aber es ist halt so, dass manchmal bei so Filmen, die haben halt wirklich einen super Aufbau und sind auch hochinteressant, aber oft haben sie dann eher ein schwaches Ende, weißt du. Und hier ist es jetzt so, dass wir natürlich jetzt hier einfach sehen sollen, wie die fliehen, er ist natürlich mit der Knarre hinter den Heer, aber letzten Endes ist es natürlich klar, dass niemand von denen zu Schaden kommt, ja. Wir können ja hier in diesem Film, man kann es ja auf keinen Fall so enden, dass jetzt einer von den Kindern stirbt oder so, das wäre ja, was wäre das für ein Ende, das wäre ja unmöglich, ja. Das stimmt, das geht ja nicht. Sie fliehen halt nach oben, wollen auch die Tür zuhalten, aber er kann die aufdrücken und er läuft halt denen nach, ne, mit einem relativ lässig und ganz oben im oberen Stockwerk, ich glaube, das ist ja auch nur ein Raum da, ne, wenn ich mich nicht irre, es ist ja dann so, dass sie ja dann das Dach hochklettern, ist aber auch nicht so die perfekte Lösung, ne? Nee, nee, Problem war halt, dass er ja alle Fenster gut verschraubt oder zuverschraubt hat. Ah ja, stimmt, genau, das habe ich nicht erwähnt, ja. Das heißt, die Auswahl aus dem Fenster rauszukrabbeln oder rauszuklettern, die schwindet dahin, ne? So ist es, so ist es. Deswegen ist das die einzige Möglichkeit für die, halt oben rauszukommen, aufs Dach halt, ne? Wäre für uns zwei schlecht mit Höhenangst, ne, das Dach jetzt hochkrabbeln? Das stimmt, das wäre auf jeden Fall nicht so die perfekte Möglichkeit, richtig. Ja, er kommt ja aber auch hinterher aufs Dach und dann hat Billy aber eine super Idee und zwar hat er ja so eine, so eine Stange und haut ihm die voll ins Gesicht. Und da fällt er rückwärts zurück und fällt ja auch komplett vom Haus, ja, also rutscht ja das Dach runter und landet dann frontal auf dem, ja, auf dem Boden. Und ist ja auch kurzzeitig außer Gefecht gesetzt, ne? Ja, genau, genau. Ja. Aber man weiß ja, dass das nicht von langer Dauer ist, ne? Genau. Sie können ja dann an so einem Schornstein oder an der Seite des Hauses, ist eine recht große Leiter angebracht und da können sie runterklettern, recht sicher bis nach unten. Aber er ist natürlich direkt wieder da mit der Axt, ja, und greift sich Billy, drückt ihm an die Wand und als er dann die Axt nehmen will, um zuzuhauen, zwischenzeitlich sieht er ja noch wieder ihm seine Dämonengesichter, ja? Genau. In dem Moment kommt Kathy da mit der Knarre, hält sie ihm direkt an den Hals. Und was ich, weißt du, sie wollten hier diese Idee haben und dieses Bild haben, dass er die Waffe sich selber an die Stirn hält, weißt du, so um die Dreh, ja, schieß doch, schieß aber hierhin bitte, ne? Oh, genau. Ja, und dann meint er dann ja so viel, also ich glaube, er sagt es zwar nicht, ne, aber wartet darauf, dass sie abdrückt, was er ja, was sie ja aber nicht tut, ne? Mhm, genau. Und dann denkt er sich, ja, dann kann ich jetzt auch den Kleinen ab, ähm, 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 also killen. Ja. Und als er dann mit der Axt ausholen will, schlägt sie ihm frontal die Waffe ins Gesicht und, und macht ihm ja auch total K.O. damit, ja? Ja, dann ist es so, dass wir eine Szene haben, die uns natürlich kurz schocken soll, weil wir ja dann plötzlich diesen Moment haben, wo sie fliehen wollen und sie die, die Axt plötzlich in den Bauch kriegt und wir denken plötzlich, oh mein Gott, jetzt hat er sie, ähm, doch noch gekillt. Und dann ist es aber letzten Endes nur eine Vision, die er hat. Er hat auch immer so einen normalen, klaren Moment und sagt, Schatz, bring mich um, bring mich um, sonst bringe ich euch um. Wieso lachst du? Ja, weil das so, so, so romanzartig ist, ne? Tu du es, dass ich es nicht machen muss. Ja, richtig, das stimmt, genau. Mach es einfach. Ja, es ist so, dass er das dann halt meint und, und, und ruft und sie, niemand stirbt heute und schlägt ihn ja dann K.O. mit der Waffe, aber eigentlich ganz witzig, weil sie ihn jetzt doch hätte gekillt haben können, ne? Weil so, wie sie ihn nämlich das Ding über die Rübe zieht, meine Güte, ja. Das zweite Mal ja schon, ne? Und jetzt das zweite Mal schon, richtig? Genau, genau. Ja, aber ich glaube, was ja dann passiert, sie fesseln ihn ja und ziehen ihn ins Boot und da ist es so, dass er ja wirklich so Krämpfe bekommt und ganz viele Visionen und er schüttelt sich und so. Und ich denke mir, dass das vielleicht so ein Moment ist, wo er dann, wo die Geister ihn verlassen wohl, ne? Ja, genau, genau. Weil er ja da weggebracht wird. Ja. Und was übrigens bemängelt wurde im Internet, ist, dass er hier einfach viel zu sauber ist, sowohl im Gesicht als auch seine Kleidung, weil er ja eben frontal im Matsch gelandet ist, ne? Stimmt. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, es hat auch gegossen in Strömen. Das heißt, dass er da auch ein bisschen sauber gewaschen wurde wieder dann, ne? Von dem Regen. Ja, und sie kriegen es endlich hin, das Boot zu starten und verlassen diesen Ort, diesen bösen Ort, auf das Wasser hin. Weit auf den See hinaus. Genau. Und, ja, und dann kommt dann so dieser Punkt, dass sie dann irgendwann den Motor ausmacht und sie auf ihn schauen und er kommt dann zu sich, ja? Ja. Und alle gucken ihn an, was ist jetzt los? Was sagt er jetzt? Was sagt er jetzt, genau. Genau. Und dann sagt er, guck nicht zurück, fahr weiter. Ja. Weißt du, und dann macht sie das Boot wieder an, drückt aufs Gas und fahren halt weiter in Richtung, so weit weg wie möglich. Einfach weg, genau. Einfach nur weg von dort. Ja, und dann haben wir nochmal ein kurzes Bild auf die tote kleine Jodie, die ja dann, irgendwie wird ja alles zurückgespult plötzlich, ne? Die Schrauben gehen wieder raus, das ist plötzlich wieder 3.15 Uhr. Was soll uns das sagen? Resettet sich jetzt alles so? Oder was soll uns das sagen? Genau, die Stühle drehen sich ja wieder Richtung Tisch. Ja. Und, ja, es hat alles wieder so seinen Ursprung, denke ich, ne? Von den Nistenkäufer? Ja, genau. Es kann jetzt wieder von vorne starten. Ach ja, okay. Ja, und während sie da so steht am Treppenhaus, wird sie auch auf einmal dann in den Boden gezogen von irgendeiner, von irgendwelchen Händen, von irgendeiner Macht. Ja. Und das war's. Ja. Plötzlich ist der Film zu Ende. Ja. Und natürlich ist der Film sehr schnell zu Ende, eigentlich zu schnell. Das ist, finde ich, geht zu flott. Das ist bei Horrorfilmen ja oft so, man hat da immer so das Gefühl, dass man so schnell wie möglich irgendwie ans Ende kommen will. Und alles Weitere interessiert dann nicht. Weißt du, wie muss man sich das denn jetzt vorstellen? Leben die jetzt dann doch noch glücklich zusammen weiter? Ich meine, er hat versucht, sie zu killen. Ich kann mir jetzt irgendwie vorstellen, dass sie irgendwann so zusammensitzt und sagen, weißt du doch, wo ich damals gesessen war und ich euch killen wollte? Das war ein Abend, oder? Weißt du doch, als ich Billy die Axt in den Schädel rammen wollte? Ja, und dann sagt Billy, ach ja, stimmt. Und die sagt, Chelsea sagt dann, ah, ich war doch noch so klein, aber ich hab noch vor Augen, wie du mich da an die Wand gedrückt hast. Dann so, ja, hab ich ganz vergessen. Das sind so die Gespräche zu Weihnachten dann. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich frage mich dann, wie lebst du da dann weiter? Ja, genau. Es wäre halt noch ganz cool gewesen, vielleicht so ein Jahr danach zu sehen, wie sie sich als Familie entwickelt haben. Ja, genau, wie wir es gerade vorgemacht haben. Ja, genau, genau. Ich frage mich dann halt immer, wie soll das dann weitergehen, weißt du? Ich meine, was haben die ins Tagebuch zu schreiben am Ende des Tages, weißt du? War George wirklich beim Psychiater? Ja, genau. Ja, liebes Tagebuch, weißt du? Heute ist viel passiert. Ja. Oh Mann, ja. Ja, und dann, eigentlich ist es kein Tagebuch, sondern eher so eine Enzyklopädie. Ja. Mehrere Bücher dann, wo dann genau steht, was dann passiert ist, ja. Wie der Tag eins. Ja, genau. Genau. Ja. Ja, und dann ist der Film damit zu Ende. Ich hab ihn, wie gesagt, das erste Mal seit, ach Gott, zehn Jahren oder länger nicht gesehen und war, hab ihn aber trotzdem dann als besser aufgefasst, als er in meiner Erinnerung war, weil auch wenn wir hier unsere Späße machen, ist es ja ein wirklich gelungener Film, ne? Ja, definitiv, definitiv, Klassiker, Klassiker durch und durch. Ja, genau, richtig. Ich hab mit einer jungen Hörerin noch kurz vorhin geschrieben und gesagt, dass ich über Amityville Horror spreche. Ja. Und dann hat sie gemeint, ähm, 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 welchen von denen? Und dann hab ich dann geschrieben mit Ryan. Hm. Und dann hab ich dann sabbernde Smileys bekommen als Antwort. Was heißt das? Was wird das wohl bedeuten? Ähm, und dann hab ich dann geschrieben, ja, mit der Babysitterin, hab dann sabbernde Smileys hinterher geschickt dann. Ja. Der Teil mit der heißen Babysitterin. Ja, richtig, genau, genau. Genau, genau. Ja, und so ist es dann halt, ähm, so ist es dann jetzt gewesen. Ja, also der Film ist damit beendet, ist, ähm, gut, ne? Kann man wirklich, ähm, schauen, hat so seine Klischee-Momente, aber, wie gesagt, er ist besser als in Erinnerung und, ähm, auf keinen Fall einer, den man jetzt irgendwie schlecht reden muss oder so, ne? Ja, also da gibt es viele andere Filme, ich hab ja über Rack 2 gesprochen zum Beispiel, den hatte ich ja auch als gut in Erinnerung und letzten Endes fand ich den, ähm, wirklich furchtbar, so. Den hab ich wirklich dann zerrissen, das hatte ich gar nicht erwartet, als ich ihn dann, ähm, besprochen habe. Ich dachte, wir reden über einen guten Film und dann kam da dann so eine Gülle bei raus. Aber da kann man mal sehen, wie sich die Meinung ändert, ne? Also, man wird halt älter, ne? Ja, aber dann lieber so und ist dann nach zehn Jahren wieder richtig begeistert, richtig geflasht und gefesselt von dem Film, ne? Und, ähm, ja, das, äh, er ist wirklich sehr, sehr gut. Also rein schauspielerisch auch von den, ähm, Darstellern und, ähm, er macht nicht vieles falsch, der Film. Das stimmt, das stimmt. Zum größten Teil macht er alles richtig, ja. Gut, in Ordnung. Ja. Ja, dann haben wir ja den wirklich sehr gut besprochen, hat mich wirklich, äh, gefreut, dass du jetzt mal dabei warst, nach so vielen Monaten, dass es jetzt mal geklappt hat. Ja, ich auch. Ja. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall, gerne wieder. Ja, bin dabei. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt hier. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hat riesig Spaß gemacht. Ebenso, ebenso. War super. Super. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, ja. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Talk About Horror. Das Wasser war bestimmt zwei Zentimeter kalt, oder? Ja, so ungefähr. Ja, genau. Okay, das wäre bei mir dann warmes Wasser. Okay, okay. Konnte ich jetzt, konnte ich jetzt nicht zurückhalten. Das schneide ich raus nachher. Das lasse ich nicht drin. Warum nicht? Nee, das war jetzt gegen, das war jetzt gegen mich. Der, ähm, George, also Ryan natürlich, also, ähm, sind ja dann in einer, in einer weiteren, also, oh Gott, ich muss immer manchmal neu ansitzen, ja? Alles gut. Das sind jetzt alles die Dinge, die du normalerweise in den Folgen nicht hörst, weißt du. Ist aber mal cool mitzuvollkommen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020